Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Nacht für alle Modelleisenbahnfreunde. Nehmen Sie sich vielleicht noch eine Tasse Kaffee, holen Sie etwas zum Knabbern, denn ich darf Sie jetzt einladen zu einer ungewöhnlich langen Reise auf Schienen durch Deutschland. Drei Stunden lang werden wir unterwegs sein und los geht's hier in der größten Modelleisenbahnausstellung der Welt, dem Miniatur Wunderland in Hamburg. Auf geht's! Hier gibt's die Superlative auf Schienen. Auf 9000 Meter Gleis sind 700 Züge mit ungefähr 10.000 Waggons unterwegs. Die Reise führt über 1900 Weichen und vorbei an 1500 Signalanlagen. Gesteuert wird alles von riesigen Computern. Klar, dass sich das Ganze längst zu einem Besuchermagneten entwickelt hat. Über drei Millionen Menschen waren schon da. So sieht es aus, das Wunderland im Maßstab 1 zu 87. Etwas über fünf Jahre ist es alt und wächst immer weiter. Wer hier in den Zug einsteigt, macht eine Weltreise auf Schienen und muss nicht einmal umsteigen. Die Abenteuertour beginnt in den Alpen und endet in Skandinavien. Die Züge rauschen durch ein Lichtermeer vorbei an tausenden kleinen Kulissen. Rund 700.000 Kilometer legen die Schienenfahrzeuge im Jahr zurück. Für den normalen Modellbahner sind das kaum greifbare Distanzen. Überhaupt ist es hier wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht für Fans der kleinen Spur. Im Wunderland sind Landschaften und Streckenführungen Wirklichkeit geworben, die, mal Hand aufs Herz, sich viele von uns noch nicht mal getrauen zu träumen. Das Wunderland könnte man auch zum Lichterland umtaufen, denn es blinkt und blitzert an jedem Ort. Mehrmals in einer Stunde dunkelt der Raum langsam ab, sozusagen einen Sonnenuntergang in den Räumen der Speicherstadt, und zeigt, wie die Züge auch bei Nacht ihre Bahnen ziehen. Beeindruckt von dieser Monsteranlage sind nicht nur die eingefleischten Fans. Mann und Frau, jung und alt, bekommen leuchtende Augen. Wer nun aber glaubt, Modelleisenbahn, das ist nur was für Kinder, der ist natürlich auf dem Holzweg. Oder wie man als Modelleisenbahner auch sagen könnte, der ist absolut neben den Schienen. Und hier, mit diesem Anlagenteil, mit den Alpen, fing damals in Hamburg alles an. Eine gewaltige Berglandschaft. Hier fährt der Zug gerade über die Talbrücke, im Hintergrund das Ecksteinhorn. Und wie das in Österreich nun mal so ist, hoch oben darf natürlich der Schnee nicht fehlen. Und nicht die Gondeln, die die Skifahrer befördern. Damit der Mann zu Hause alles, naja, oder eher fast alles nachmachen kann, gibt's erstmal ein Foto. Besonders interessant sind die Wasserflächen, die bei der Alpenanlage aus Gießharz gemacht sind. Toll an diesem Material sind die Reflektionen. Es wirkt halt wahnsinnig echt. Bei dieser Szenerie ist dem Modellbahnarchitekten wohl ein wenig die Fantasie außer Kontrolle geraten. Dampfloks findet man auf dieser Anlage nur selten. Es sind fast ausschließlich moderne Schienenfahrzeuge im Einsatz. Mit einem Startkapital von zwei Millionen Euro fing alles an. Mittlerweile steckt ein Vielfaches in diesem Werk. Von Anfang an wollten die Macher nicht nur Modellbahnfreunde ansprechen. Deswegen war ihre Grundidee, dass die Landschaften mit ihren kleinen Geschichten genauso originell sein müssen wie das, was fährt. Die größte Kabinenbahn in den Alpen ist die Titlisbahn. Aber auch Schneeflüge und Skifahrer gehören dazu. Und weil sich hier fast alles bewegt, wartet man förmlich auf die Pistenraudis, die die Abfahrt runterrasen. Aber die gibt es noch nicht. Ein Tipp für den Hobbybastler. Berglandschaften wirken nur so gigantisch, wenn man tatsächlich über einen Meter bauen kann. Wenn man imposante Landschaften zu Hause nachbauen möchte, beschränkt man sich lieber auf einen Bergausschnitt, ohne das Ganze massiv zu zeigen. Die Züge müssen unglaubliche Höhenunterschiede überwinden. Nur so können sie über die Schauertalbrücke fahren. Und wie funktioniert das? Ganz einfach mit übereinanderliegenden Gleiswendeln. So sind oft mehr als zehn Züge im Gleiswendelkomplex damit beschäftigt, nach oben zu kurven, um weiter durch die gigantischen Berge zu fahren. Also ganz am Anfang vom Bergebau steht wahrscheinlich auch der Rahmenbau. Und ihr sprecht euch dann ab, wo am Rahmen schon mal Platz ist für den späteren Berg, oder? Ja, es gibt ja einen Plan. Der muss ja sein, wie in den ganzen technischen Sachen. Der Unterbau ist 50 mal 50, unser Grundgerüst. Da werden dann die Rahmen, diese Spanden draufgebaut. Und dann kommt über die Spanden der Draht gespannt, mit dem ich dann schon mal etwas eine Vorgabe machen kann von der Gestaltung her. Und anschließend kommt schön ordentlich Gips drauf. Man kann das hier gut sehen. Der drückt sich dann durch den Draht durch, wird fest und ist mit einem großen Hammer nur wieder abzukriegen. Und am nächsten Tag modelliere ich dann den Gips, die Berge, so wie sie sein sollen. Wir haben da einen speziellen Gips, der also sehr lange gut zu bearbeiten ist, sodass ich also abends gipse und nächsten Morgen dann modellieren kann. Und wenn der Berg einmal fertig ist, dann ist auch eigentlich nie wieder was dran zu reparieren, oder? Also eigentlich nicht. Man geht dann nochmal von hinten gucken, ob man irgendwo Löchlein gelassen hat. Das kann schon passieren, wenn man mit dem Stechbeitel vorne zu sehr auf den Draht geht. Aber normalerweise sind die relativ massiv, so wie ein Berg sein soll ich. Dieser Zug wird uns gleich im Wunderland nach Knuffingen bringen. Übrigens ein Ausflug, der sich absolut lohnt. Doch zuvor geht es erstmal zurück nach Mitteldeutschland, zur 18201, der schnellsten betriebsfähigen Dampflok der Welt. Wir zeigen Ihnen, wie Rolf Kaspari auf kleinstem Raum seine Kreise zieht und wie es dem Dresdner Hersteller Bernd Kasten gelingt, als Zwerg gegen die Produktionsriesen zu bestehen. Untertitelung im Auftrag des Zwerger Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Auf kleiner Spur, dem Modellbahnmagazin, nicht nur für Nietenzähler. Pfingsten 2002, woran denkt da der wahre Eisenbahnfreund? Natürlich ans Dresdner Dampflokfest. Hier dreht sich zwar viel um die große Eisenbahn, aber Sie wissen ja, die Vorliebe für die große Bahn geht oft genug einher mit der Liebe für die kleine. Und genau deshalb sind wir heute hier zu Gast. Vergangenheit und Zukunft der Bahn einträchtig vereint. Deutschlandweit feiert das keiner besser als die Dresdner. Nirgends zeigen sich mehr Loks, Wagen und Dampfbegeisterte. Und das ist kein Wunder, prägt doch der Bahnknoten Dresden seit rund 160 Jahren die deutsche Eisenbahnwelt. Später mehr vom Dampflokfest. Jetzt wollen wir erst mal sehen, was die Modellbahner im schönen Elbflorenz alles so drauf haben. Den Anfang macht dabei das Verkehrsmuseum. Es rühmt sich in seiner Eigenwerbung, fünf Verkehrszweige unter einem Dach zu vereinen. Eisenbahn, Schifffahrt, Luftverkehr, städtischen Nahverkehr und Kraftfahrzeuge. Doch auch die Modellbahnfreunde kommen dort auf ihre Kosten. Ein Schnellzug geht auf große Fahrt. Das ist fast wörtlich zu nehmen, denn auf der Modellbahn im Dresdner Verkehrsmuseum liegen über 700 Meter Gleis. Die Anlage ist in der relativ seltenen Spur 0 im Maßstab 1 zu 45 ausgeführt. Die Anfänge der Bahn reichen 45 Jahre zurück. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie vor allem in den 70er und 80er Jahren. Das wird bei einem Blick auf diese fiktive Stadt sofort deutlich. Viele Details erinnern die Besucher an den einstigen Arbeiter- und Bauernstaat. Ebenso wie die schnellste Dampflok der Welt, die 18201, 1961 in der DDR gebaut. Manches Schienenfahrzeug freilich stammt aus noch älteren Epochen, wie der Chef der Modellbahn erklärt. Das Silberhundefahrzeug ist ein Modell des sogenannten Schienenzeppelins von Professor Grugenberg. Ein sehr interessantes Fahrzeug. Professor Grugenberg kam ja bekanntlicherweise aus dem Luftschiffbau. Er hat dort also den Leichtbau konsequent angewandt. Es ist ein sehr leichtes Fahrzeug mit einem unkonventionellen Antrieb, mit einem Propellerantrieb. Also der Propeller ist nicht Attrappe oder ein Schatz. Es ist wirklich so gefahren. Und dieses Fahrzeug hat im Original 1931 den Schienenweltrekord von 230 Stundenkilometer aufgestellt, der übrigens bis 1955 Bestand hatte. Nicht nur wegen des Schienenzeppelins gilt die Dresdner Modellbahn als eine der wichtigsten Spur-Null-Anlagen weltweit. Zu ihrem Ruhm tragen neben der Größe, die Anlage ist immerhin 45 Meter lang, auch weitere unvergessene Schienenstars bei. Der Henschel-Wegmann-Zug zum Beispiel sorgte Mitte der 30er Jahre als Schnellzug auf der Strecke Berlin-Dresden für Furore. Einige Schienenfahrzeuge wie diese sächsische Schmalspur-Lok können sie im Verkehrsmuseum sogar im Maßstab 1 zu 1 bewundern. In einer erst kürzlich neu gestalteten Ausstellungshalle lässt das Museum rund 170 Jahre deutsche Eisenbahngeschichte Revue passieren. Den größten Teil nimmt dabei die Geschichte der Deutschen Reichsbahn mit all ihren Höhen und Tiefen ein. Das älteste Exponatemuseum ist die Lok Muldental. Die Güterzug-Tender-Lokomotive wurde vor über 140 Jahren von einer Chemnitzer Lokschmiede geschaffen, konnte bis zu 50 kmh schnell fahren und gilt heute als die älteste in Originalsubstanz erhaltene deutsche Lokomotive überhaupt. Geöffnet ist die Eisenbahnausstellung wie das gesamte Verkehrsmuseum täglich außer Montag. Im Gegensatz zur Spur 0 Modellbahnanlage. Die Züge dort können die Besucher nämlich nur mittwochs in voller Fahrt erleben. An diesem Tag sind dann auch die Triebwagen der integrierten Schmalspurbahn unterwegs. Diese Kleinbahn ist der bekannten Harz-Querbahn nachempfunden. Der große Verschleiß beim Einsatz der schweren Fahrzeuge lässt Fahrbetrieb auf der Modellbahnanlage leider nicht öfter zu. Mit zwei Ausnahmen. Zur Museumssommernacht am 13. Juli wird die Anlage ebenso im Betrieb sein wie zum Tag der offenen Tür am 1. September, wenn das Dresdner Verkehrsmuseum seinen 50. Geburtstag feiert. Vielleicht schauen sie dann ja mal vorbei und gehen selber mit auf große Fahrt. Rentner haben niemals Zeit. Dieses geflügelte Wort trifft auch auf Rolf Kaspari zu. 73 Länse zählt der Dresdner. Früher war er Handelskaufmann und heute ist er, ach, schauen Sie am besten selbst. Das ist Rolf Kaspari. Er ist auf dem Weg mitten hinein in ein fantastisches, fast 14 Quadratmeter großes Modellbahnreich. Auf seinen Gleisen fahren bis zu 60 verschiedene Lokomotiven der Nenngrößen TT und N. Sie verkehren über 80 Weichen hinweg. Rolf Kaspari frönt dem Modellbahnhobby seit viereinhalb Jahrzehnten. Im Lauf der Zeit hat er insgesamt sechs stationäre Anlagen erbaut. Denn bei jedem Umzug in eine neue Wohnung musste er die alte Eisenbahn schweren Herzens wieder abbauen. Tränen geflossen sind nicht und vernichtet habe ich auch nicht. Ich habe das, was gebaut war, genutzt für eine neue Anlage. Mit seiner jetzigen Anlage ist ihm ein wahres Meisterwerk gelungen, in das alle Erfahrung eines langen Modellbahnerlebens eingeflossen ist. Das Bahnbetriebswerk ist mit so viel Liebe zum Detail gestaltet, dass man fast vergisst, dass es sich hierbei nur um ein Modell im Maßstab 1 zu 120 handelt. Wie muss sich Rolf Kaspari fühlen, wenn er solche kleinen Kunstwerke schaffen will? Also ich brauche eine gute Laune, aber auch wenn es mal trübe Stunden gibt, dann hilft einem, so eine Anlage doch sich umzustemmen. Und ich bin eigentlich jede Woche an meiner Anlage tätig. Besonders in letzter Zeit befasse ich mich mit Elektronik und habe verschiedene Dinge eingebaut, die meine Anlage bereichern. Auch der funktionierende Fabrikschornstein bereichert seit kurzem die Anlage des Rentners. Bei der Auswahl der Gebäude und Figuren für diese Kleinstadt griff Rolf Kaspari zumeist auf handelsübliche Modelle zurück. Viele von ihnen hat er aber, zum Beispiel in der Farbe, noch abgeändert, um sie seinen Vorstellungen anzupassen. Auf diese Weise ist ein lebendiges Panorama entstanden, das wie aus dem Leben gegriffen wirkt. Und wie das ebenso ist im Leben, liegen Freude und Leid dicht beieinander. Während die Braut ganz in Weiß den schönsten Tag ihres Lebens genießt, nimmt nur ein paar Straßenzüge weiter derweil das Unheil seinen Lauf. Gut, dass die Rettungskräfte schon am Unfallort eingetroffen sind und helfen. Einige seiner Lokomotiven, wie die kleine Mallet-Lok der Nebenbahn, schickt er mit Originalgeräuschen auf Reisen, um nicht nur Augen, sondern auch Ohren etwas zu bieten. Und weil Kaspari von den kleinen Bahnen einfach nicht genug kriegen kann, fahren bei ihm einige Züge sogar an der Wand. Mir hat es nicht gefallen, dass in der Kulisse hergestellt wird, auf dem Buchen Papier oder gemalt. Ich brauchte etwas Plastisches. Und auf meiner Anlage fahren ja neben der Normalspur im TT auch die Kleinbahnen in der Größe N. Und so habe ich mir gedacht, also in der Kulisse könnte eine N-Spur laufen. Doch nicht nur an der Kulisse ist Kaspari eine interessante Lösung geglückt. Auch das selbstgebaute Drei-Schienengleis sowohl für TT- als auch für N-Bahnen ist sehenswert. Solche ungewöhnlich langen Diesellokomotiven fuhren in der Sowjetunion. Da es diese Loks nicht als TT-Modell gibt, baute sich Kaspari kurzerhand aus zwei handelsüblichen 130ern in Rot, selbst ein Exemplar davon und striches Grün, an. In Ost- und Südafrika sind diese zweifach angetriebenen Garret-Loks zu Hause. Auch sie kann man nicht als 1 zu 120 Modell erwerben. Kaspari nahm also zwei andere Dampfloks und baute sich eine eigene Garret-Lok, die hier ein atemberaubendes Viadukt überquert. Ja, beim Betrachten der Modellbahnanlage kann man die Zeit schon mal vergessen. Und wenn es dann Abend geworden ist, hört der Fahrspaß hier noch lange nicht auf. Dann, so meint Rolf Kaspari, fängt er erst richtig an. Diese H0-Anlage ist eine der Modellbahnen auf dem Dampflokfest. Überhaupt ist der Freistaat ja eine der Hochburgen für Modelleisenbahner. Alleine in der SMV, der sächsischen Modellbahner-Vereinigung, haben sich rund 50 Vereine mit über 800 Mitgliedern zusammengeschlossen. Auch auf Produzentenseite hat das Bundesland einiges zu bieten. Hersteller wie Tillig oder Gützold kennen bestimmt auch viele Nicht-Modellbahner. Die Firma Beka dagegen dürfte wohl nur Insidern ein Begriff sein. Der Name leitet sich von den Anfangsbuchstaben des Chefs, Bernd Kassen, ab. Der ist hier auf dem Dampflokfest mit einem eigenen Stand vertreten. Und was er sonst so treibt, das sehen Sie jetzt. Straßenbahnen des Dresdner Herstellers Beka im Einsatz. Sie verkehren auf der Anlage eines kleinen Modellbahnclubs in Dresden. Gerade mal acht Mitglieder hat der Verein und fahrende Eisenbahnen sucht man auf ihrer neuen Anlage vergeblich. Hier dreht sich alles um die Straßenbahn, für deren Trasse extra eine Wand durchbrochen wurde. Die Vorliebe für das innerstädtische Verkehrsmittel kommt nicht von ungefähr. Eines der ältesten und aktivsten Clubmitglieder ist der Produzent all dieser Straßenbahnen, Bernd Kasten, seit langem passionierter Modellbauer. Ich habe praktisch das Hobby zum Beruf gemacht und erst mal nebenbei laufen lassen. Und dann ging es von der Zeit her nicht mehr und dann habe ich den Gewerbe angemeldet. Heute ist der Firmenchef auf dem Weg nach Pulsnitz. Dort befindet sich eine Druckerei. Sie verleiht Kastens Produkten, die im Maßstab 1 zu 87, also für die Nenngröße H0 angeboten werden, das gewisse äußere Etwas. Guten Tag, naja Kasten. Ich habe wieder meine Seale Straßenbahn zu bedrucken. In Pulsnitz werden alle BK-Modelle mit filigranen Aufdrucken versehen. Nicht nur Straßenbahnen, sondern auch Autos und deren Zubehör, wie die Plane dieses alten Bierlasters. Mit der Herstellung von Automodellen stieg der gelernte Werkzeugmacher 1985 nebenberuflich in die Modellbaubranche ein. Inzwischen hat Bernd Kasten vor allem unter den Modellbahnern im Osten einen guten Ruf. Schließlich bietet er Fahrzeuge an, die früher das hiesige Straßenbild prägten. Eines davon ist der H6-Bus, der in den 60er Jahren von DDR-Straßen nicht wegzudenken war. Bei seinen Modellen greift Kasten mit Absicht auf ältere Vorbilder Made in GDR zurück. Das ist praktisch das, was in die Dampflugzeit reinpasst und in der ganzen DDR gefahren ist. Was von der großen Industrie nie angeboten wurde, sozusagen eine Marktlücke. Die Ausweitung der Modellpalette treibt der Firmenchef langsam, aber zielstrebig voran. Hier hat es ihm der Robobus ELO 3000 aus Zittau angetan. Er soll neu ins Programm aufgenommen werden. Die Maße des Fahrzeuges entnimmt Kasten einem alten Messeprospekt. Auf dem Bildschirm eines ehemaligen Kollegen, der nun ein Konstruktionsbüro betreibt, nimmt das neue Modell dann erstmals Formen an. Kasten ist begeistert. Genau so will er seinen Bus haben und die erste Auflage soll in blau erfolgen. Was vor kurzem noch reine Theorie war, ist inzwischen Praxis geworden. Mittlerweile gibt es den ELO-Bus sogar schon in weiteren Farben. Und was kommt als nächstes? Wahrscheinlich eine Variante vom Robobus, einfach um jetzt aus Kostengründen die Werkzeuge etwas mehr auszulasten. Wir haben ja jetzt hier so ein schönes Blatt, wo noch andere Varianten drauf sind. Und mal sehen, vielleicht finde ich was, was mir gefällt. Vielleicht wird die künftige Robobus-Variante ja solch ein Verkaufsschlager wie das Modell des kleinen Hechts, einer legendären Straßenbahn, die seit 1999 von BK hergestellt wird. Der kleine Hecht, ohne den die Dresdner Verkehrsgeschichte undenkbar wäre, ist auch auf den Schienen in Kastens Modellbahn-Club unterwegs. Wenn er dort seine Runden dreht, dann wird das dem Firmenchef wieder der Modellbahner Kasten, der sich auf diese Weise zugleich wunderbar vom aufregenden Tagesgeschäft entspannen kann. Und auch wenn er hofft, dass seine Produktion durch neue Straßenbahn- und Fahrzeugmodelle künftig weiter wächst, Eines hat sich Bernd Kasten für die Zukunft ganz fest vorgenommen. Zeit für den wöchentlichen Clubabend mit den alten Freunden muss auch weiterhin bleiben. Mit seinen gerade mal acht Mitgliedern zählt Bernd Kastens Modellbahnverein eindeutig zu den Kleineren seiner Art. Ganz anders die Situation beim MEC Radebeul-Kötchenbroda. Hier gehen 40 Männer gemeinsam ihrem Hobby nach und das seit nunmehr vier Jahrzehnten. Zwei Mal pro Woche kann man ihnen bei der Arbeit auf die Finger schauen, den Modelleisenbahnern von Radebeul-Kötchenbroda. Immer montags und freitags kommen sie im Vereinshaus ihrer Heimatstadt zum Clubnachmittag zusammen. Der Verein profitiert von der Vielzahl seiner Mitglieder, denn die stammen aus den unterschiedlichsten Berufen. Da gibt es zum Beispiel Elektriker, Ingenieure und sogar einen Zimmermann. Kurzum, jede Menge Leute, deren berufliche Fertigkeiten bei der Vereinsarbeit von Nutzen sind. Die Mitglieder kommen freilich nicht nur zum Arbeiten in den MEC. Mindestens genauso wichtig ist das gesellige Beisammensein vor, während oder nach den Clubnachmittagen. Zu besprechen oder zu feiern gibt es immer etwas. Und oft genug hat eine der Ehefrauen auch noch Kuchen für alle gebacken. Heute hat ein Vereinsmitglied sein neuestes Modell mit in den Club gebracht und führt es den Männern um Vereinschef Werner Frenzel vor. Der gemütliche Teil ist natürlich hier da. Die Leute, die nach der Arbeit kommen, die setzen sich erstmal hin und müssen erstmal ausspannen, bevor es hier an die Arbeit geht. Wir sind also 40 Personen im Club und sind am Abend, wenn sie dann alle eingedrudelt sind, sind wir so ungefähr 25 aktive Leute. Und die wollen natürlich sich austauschen und so weiter. Und da ist es manchmal sehr schwer, dann noch zu sagen, aber heute wird was geschafft. Na, ganz so schlimm ist es auch nicht. Meistens wird ja doch etwas geschafft. Und das nicht nur im Verein. Viele Mitglieder betreiben in den eigenen vier Wänden noch eine private Modelleisenbahn. Hans Nebelung zum Beispiel. Während er es im Club mit den Spuren 0 und 2M zu tun hat, freundet er zu Hause seiner TT-Bahn-Leidenschaft. Begonnen hat er mit dem Hobby vor 30 Jahren als Einzelkämpfer. Erst als Rentner fand der ehemalige Ingenieur Zeit und Muse, sich darüber hinaus einem Verein anzuschließen. Seit drei Jahren ist Nebelung nun bei den Kötzchen Prodahn dabei und kümmert sich dort vor allem um den Nachwuchs. Eine wichtige Aufgabe, denn während es im Verein viele Rentner gibt, fehlt es an jungen Mitgliedern. Deshalb ist man froh, dass inzwischen drei Jungs regelmäßig in den Club kommen, um hier die großen und kleinen Geheimnisse des Hobbys zu erlernen. Nebenan wird bereits eifrig an einem neuen Gartenbahnmodul gearbeitet. Für seine Gartenbahn ist der Club weithin bekannt. Die Beschäftigung mit der Spur 2M begann beim MEC bereits Mitte der 80er Jahre, als viele Leute in der DDR noch nie etwas von Gartenbahnen gehört hatten. Die vereinseigene Anlage mit liebevoll gestaltetem Zubehör ist bis heute Höhepunkt der alljährlichen Ausstellung im November. Extra für diese Schau wird sie jedes Mal neu aufgebaut und ständig anders gestaltet. Nach der Ausstellung werden die Module wieder in Kisten verpackt und die Modellbahner müssen ein ganzes Jahr auf die nächste Fahrt der Bahn warten. So lange freilich will Vereinsmitglied Wolfgang Paul nicht auf seine Lieblingsspur verzichten. Hallo Peter, der Sachse kommt, übernimm bitte. Okay, ich übernehme. Vor fünf Jahren hat Wolfgang Paul auf seinem Grundstück mit dem Aufbau einer Gartenbahn begonnen. Inzwischen findet hier regelmäßig Fahrbetrieb statt, oft tatkräftig von anderen Vereinsmitgliedern unterstützt. Wo einst Radieschen und Zwiebeln wuchsen, warten jetzt Fahrgäste auf ihren Anschlusszug. Während er früher zum Unkrautjäten in den Garten ging, tritt Wolfgang Paul heute an gleicher Stelle als Lokführer, Fahrdienstleiter und Zugbegleiter auf. Und das entgegen einer landläufigen Meinung, nicht nur in der warmen Jahreszeit. Wenn nicht gerade ein halberes Schnee liegt, dann fahren wir zu Weihnachten oder zum Jahresende natürlich auch mal eine Runde. Natürlich ohne Gebäude und so, aber mit einem Gläschen Glühwein in der Hand, macht das dann im Kreise der Familie auf jeden Fall Freude. Die Anregung für seine Anlage holt sich der leidenschaftliche Modellbahner auf Reisen. Bei einem Ausflug in die Schweiz verliebte er sich unsterblich in den berühmten Clasier-Express. Nach der Rückkehr in die sächsische Heimat kaufte er sich die entsprechende Lok, baute sich die Wagen selbst zusammen und ist seitdem stolzer Besitzer eines originalgetreuen Modells vom langsamsten Schnellzug der Welt. Auch der Zahnradantrieb der Rädischen Bahn inspirierte ihn zum Nachbau. Wie beim großen Vorbild klettert der kleine Zug nun durch die alpinen Hänge des Steingartens nach oben. Petra Paul, die Ehefrau des Gartenbahners, hat nur langsam zum Hobby des Mannes gefunden. Anfangs war sie lediglich für die Bepflanzung der Anlage verantwortlich. Eines Tages war ihr das nicht mehr genug. Sie wünschte sich eine Straßenbahn und bekam sie auch. Heute ist sie für den Betrieb auf der Trambahnstrecke voll und ganz verantwortlich und verbringt mit ihrem Mann so manche gemeinsame Stunde an der Gartenbahn. Im Miniatur Wunderland begibt man sich auf eine Reise zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Und wenn Sie jetzt zu Hause aufstehen, holen einen Atlas und suchen irgendwo in Deutschland den Ort Knuffingen, dann werden Sie ihn nicht finden. Denn Knuffingen, das gibt es nur im Miniatur Wunderland. Der Ort ist absolut einmalig, besticht auf der einen Seite durch sein fantastisches Stadtbild und auf der anderen Seite durch sein einmaliges Car-System. Und das ist wirklich abgefahren. Hier in Knuffingen hat jedes Auto einen eigenen kleinen Computer und kann mehrere Befehle gleichzeitig empfangen. Das heißt zum Beispiel blinken und um die Ecke fahren. Ursprünglich ist das Car-System eine Entwicklung der Firma Faller und hatte bereits 1989 seine Uraufführung auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und so funktioniert es. In der Mitte der Fahrbahn verläuft ein Draht. An den Vorderachsen der Fahrzeuge befinden sich kleine Magnete und innen drin sind Motor und Getriebe und schon fährt alles. Dieses Prinzip war die Basis für Gerrit Braun, aber er hat das Ganze weiterentwickelt. Die Fahrzeuge haben eine eigene Hard- und Software bekommen und werden am PC gesteuert. Gerrit Braun ist einer der beiden Geschäftsführer vom Miniatur Wunderland. Und das Car-System ist ja ziemlich einmalig. Ist das handelsüblich? Oder habt ihr da ein bisschen Verbesserungen vorgenommen? Nein, ich hatte damals, als wir angefangen haben, das handelsübliche Car-System, welches mal erfunden wurde, mir genommen und da fahren die Autos eigentlich im Kreis. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, da muss doch mehr gehen, das müssen wir mit dem Computer steuern. Und so im Laufe der Entwicklung, die hat fast ein Jahr gedauert, wussten wir zum einen, was wir immer mehr machen können. Und es kamen auch immer mehr Ideen. Es kamen die Anforderungen, die gingen immer höher. Ich habe das immer wieder weggeschmissen und neu gemacht, bis es in der jetzigen Form dann irgendwann lief. Leute, die schon da waren, hier im Miniatur Wunderland schwärmen vor allem vom Feuerwehreinsatz. Im Moment ist alles still. Könnte man mal einen auslösen, einen Brand zum Beispiel? Ich könnte einen auslösen. Ich mach das mal. Lutz, für Gerrit, schickst du mal den Brandstifter los? Ich habe das auch genau dem Vorbild empfunden, habe mir hier die Hamburger Feuerwachen angeguckt. Denn der Zugführer, der steigt immer als letzter ein. Der ist schon lange bei der Feuerwehr der Zeit. Da kommt die Polizei. Ist das auch so ein bisschen Kindheitstraum, der wahr geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Also mein Bruder und ich, wir sind Zwillinge und haben den großen Vorteil gehabt. Ich habe immer einen gleichartigen Spielkameraden gehabt und wir haben gespielt wie die Großen. Da spielten Züge eine sehr große Rolle und komischerweise auch Feuerwehr. Und das ist deswegen vielleicht auch der Grund, was hier hingeblieben ist. Das hat zwar geschlummert, so mit der Pubertät verschwand das irgendwann. Aber eigentlich spätestens und endgültig durch die Idee meines Bruders wurde das komplett wieder erwacht. Und einen Kindheitstraum kann man ausleben. Und es war wirklich massiv hier. Eben darüber muss man nochmal reden. Das Spielen ist das eine. Aber wie kommt man dann auf die Idee, aus dem Spielen im privaten Raum so ein großes Ding aufzuziehen hier? Mein Bruder war im Urlaub. Und wir hatten damals, haben schon geschäftigt, das zusammen gemacht. Es war eine sehr stressige Phase. Er hatte den Urlaub auch verdient. Und er hat auch mal richtig abgeschaltet. Wir hatten zwar immer vor, dass wir später mal irgendwie Zwillinge, Doppelhaushälfte, großer Keller, Wanddurchbruch, riesen Modell Eisenbahn. Das war immer der Plan. Und er rief mich aus dem Urlaub an, weil er in Zürich ganz entspannt an so einem ganz kleinen Modell Eisenbahnladen vorbeigegang ist. Und erstens an unseren Plan für die Zukunft und sich zweitens an unsere Kindheit erinnerte. Und das hat bei ihm irgendwie in dem Moment Klick gemacht. Und er sagte, das müssen wir vorziehen. Das muss jetzt gemacht werden. Da sowas finanziert werden muss, hatte er diese Idee. Das ging wohl innerhalb von Minuten. Und er rief mich an. Ich weiß noch, wie ich ans Telefon ging und er mir davon erzählte. Und ich habe eigentlich nur gedacht, wir sind noch gar nicht so weit. Das mit der Doppelhaushälfte, das war mal für irgendwann geplant. Weil ich das noch gar nicht so ernst genommen hatte, dass das eine Geschäftsidee sein könnte. Er rief nochmal an und nochmal an, bat mich dann zu prüfen, ob es sowas schon gab. Wir stellten auch fest, dass es schon Anlagen gab, die aber sehr Eisenbahn fixiert waren, nicht so Modellwelt wie wir. Und er hatte mich nach vier, fünf Tagen Urlaub mindestens zehn, 15 Mal angerufen, aber er hatte mich noch nicht überzeugt. Er hatte mich zwar interessiert und heiß gemacht auf das Thema, aber die eigentliche Überzeugungsarbeit hatte er noch vor sich. Denn es war eigentlich immer so, ich war eher immer so der Techniker, der Rechner, betriebswirtschaftliches Studium, der seine wirklich großartige Fantasie manchmal sehr gebremst hat. Er sagte zweimal, ich bin glücklich, dass ich jemanden habe, der mich bremst. Aber in dem Moment war es nicht, denn ich habe ihn sehr gebremst. Und im Nachhinein, jetzt fünf Jahre später, habe ich auch manchmal gedacht, um Gottes Willen, wie gut, dass er so hartnäckig war. Denn er musste wirklich ungefähr zwei Wochen ernstzunehmende Überzeugungsarbeit leisten. Hier ist jetzt zum Beispiel das besagte Haus, welches brennt. Das Feuer breitet sich immer weiter aus. Deswegen hat die Feuerwehr, die ursprünglich jetzt in der Seitenstraße steht, also die Fahrzeuge, die als erstes losgefahren sind, stehen hier in der Seitenstraße. Längst gemerkt, dass sie das nicht mehr alleine schaffen und haben jetzt als erstes die Nachbarschaft Lautenthal, die da hinten ist, um Hilfe gebeten. Und jetzt auch die Berufsfeuerwehr der nächsten Großstadt. Denn jetzt kommen hier 36 Fahrzeuge und versuchen, diesen immer größer werdenden Brand im Griff zu kriegen. Das heißt, die Knuffinger Feuerwehr fährt hier gerade alles auf, was sie haben. Aber ohne Computer ist das alles gar nicht mehr zu schaffen? Nein. Also es gehören sogar richtig viele Computer zu. Ein ganz großer, nämlich der, der das Ganze hier steuert. Und in jedem kleinen Auto ist noch ein kleiner Computer drin. Früher nannte man das das Controller oder Chip. Ich kann es mittlerweile eigentlich wirklich Computer nennen, was diese kleinen Teilchen alle können. Das heißt, jedes dieser Autos ist eigentlich intelligent. Denn die kleinen Lampen steuert es, seine Geschwindigkeit steuert es. Es merkt sogar, wann sein Akku langsam leer wird. Der Hauptcomputer ist dann dafür zuständig, das Ganze zu choreografieren, so zu sagen. Der weiß, wo er das PIN-Fahrzeug hinhaben möchte. Und dann gehorcht das Fahrzeug dem Weg und der Geschwindigkeit, dem der Hauptrechner vorgeht. Gibt es denn da auch schon Anfragen von Herstellern, die das vielleicht übernehmen wollen? Also das beste Beispiel ist die Firma, die diese Ursprungserfindung eigentlich hatte. Die sind natürlich extrem interessiert. Weil auch bei denen, die Kunden plötzlich, die fanden das System vorher großartig. Und mittlerweile wissen sie, dass es mehr geht. Und das haben die auch gemerkt. Wir haben hier ausgiebig drüber gesprochen, aber festgestellt, dass es in einer Serienproduktion einfach nicht möglich wäre. Es wäre unbezahlbar teuer. Es gehört Handarbeit dazu. So ein Bau so eines Autos dauert zwischen 15 und 35 Stunden. Und selbst wenn man das in den berühmten asiatischen Märkten oder wie auch immer produzieren lassen würde, wäre es nicht bezahlbar. Macht mich natürlich nicht unglücklich. Somit weiß ich, dass wir hier definitiv für lange Zeit vielleicht sogar für immer ein Privileg haben. Wir machen einen kurzen Abstecher nach Skandinavien. Im Norden werden die Schiffe bislang nur per Hand durch die sogenannte Nord-Ostsee gelenkt. Damit die Landschaft besonders echt wirkt, hat man hier ein richtiges Wasserbecken gebaut. So, dann wollen wir sehen, dass wir die Pacific auch sicher durch unser Hafengebiet hier lenken. Weil die soll nachher ja auch richtig anlegen am Kai, um dort entladen zu werden. Seit vielen Monaten arbeiten die Jungs jetzt schon an einer Möglichkeit, die Schiffe per Computer zu bewegen. Bislang haben sie es allerdings noch nicht geschafft. Und dann ist es natürlich zwingend notwendig, dass wir hier in Originalgeschwindigkeit umgerechnet auf 1 zu 87 natürlich fahren. Weil nichts sehe bekloppter aus, als wenn die Schiffe hier die Züge überholen würden. Klar Gerrit, für einen Hamburger wie dich ist Wasser natürlich immer ein Thema. Sind wir denn jetzt im Hamburger Hafen? Nein, wir sind in einem Fantasiebereich, den wir Nord-Ostsee betitelt haben. Weil unser Ziel war Skandinavien darzustellen. Das ist Dänemark, Norwegen, Schweden und ein kleiner Teil von Finnland, auch wenn es nicht zu Skandinavien gehört. Und deswegen haben wir hier so einen norwegischen Fjord und da drüben Dänemark und da Norwegen ist, ist es die Nord-Ostsee. Und da gab es auch viele Reisen in den hohen Norden, um Eindrücke zu sammeln. Wie sieht es aus kurz vor dem Nordkap? Wir sind ein paar Mal hingefahren, es wurde immer kälter, haben aber da sehr viel Hilfe gehabt von Fans aus dem skandinavischen Bereich, die uns da geholfen haben, auch das sehr authentisch zu bauen. Weil der deutsche Tourist stellt sich Dänemark häufig etwas anders vor, als Dänemark wirklich ist. Und wir hatten hier ein bisschen die Sorge, dass wir nachher Dänemark und Norwegen so idyllisch darstellen, dass die Norweger und denen sagen, schön wär's. Und deswegen haben wir versucht, auch hier wieder, wie auch in den Rest der Anlangteile, immer so ein bisschen Leben und das Alltagsleben auch mit reinzubringen. Trotzdem ist das der mit Abstand idyllischste Anlangteil geworden. Und es gibt richtiges Wasser, was ja nicht auf jeder Modellbahn so ist. Salz oder Süßwasser? Es ist Süßwasser. War eigentlich eine Spleen-Idee, die irgendwann kam. Als wir Skandinavien bauten oder planten, dachten wir, Skandinavien ist Wasser. Wir brauchen ja eigentlich nur Wasser bauen. Und aus dieser Idee heraus haben wir gesagt, dann müssten wir doch eigentlich mal mit Echtwasser versuchen. Und dann kam sofort auch die Schiff-Idee dazu und Fähre und alles. Das war eigentlich innerhalb von ein, zwei Stunden entstanden. Aber dann kamen die Probleme. Weil wie kriegt man dieses Wasser so hin, dass das nicht umkippt, wie man sagt. Dass da nicht sich Algenbilden dreckig ist, dass man nicht mehr durchgucken kann. Da haben wir am Anfang gedacht, dass es viel Chemie sein müsste, haben uns aber auch sofort gesagt, dass wir das nicht gut finden würden. Auch vom Geruch her nicht und vom Umweltaspekt her nicht. Und hatten eigentlich zwischendurch eine ziemlich witzige Lösung. Als wir dachten, dass wir es nicht hinkriegen würden, dass das Wasser hier nachhaltig gut bleiben würde, haben wir hier unten eine Leitung verlegt, die gibt es auch immer noch, in die Toiletten. Weil wir ungefähr 10.000 Liter Wasser jeden Tag durch die Besuchertoiletten spülen. Wenn wir jetzt ungefähr diese 30.000 Liter alle drei Tage umwälzen würden und durch die Toiletten entsorgen würden, würden wir keinen einzigen Liter mehr Wasser verbrauchen und trotzdem ein sauberes Becken haben. Wir sind aber sehr glücklich, dass wir es nicht brauchten, denn wir haben eine Lösung gefunden, dass wir es eigentlich nur so alle fünf bis sechs Monate mal tauschen müssen. Und ohne Chemie das Ganze eigentlich im Griff haben. Die Schiffe sind nur Staffage? Ne, das ist gleichzeitig ein großes Spielzeug wie auch ein Problem für mich. Denn mein Ziel war es, die Schiffe computergesteuert fahren zu lassen. Und ich hänge da etwas hinterher. Wir sind ein kleines Team, die da eine haarsträumende Entwicklung, weiß ich, mittlerweile vorhatten, den Haarsträumen deswegen, weil wir gedacht haben, die Physik doch ziemlich linken zu können. Aber mittlerweile hat die Physik uns eingeholt und wir brauchen noch ungefähr, ich schätze mal ein halbes Jahr, bis hier 30 Schiffe computergesteuert selbst fahren werden. Im Moment setzen wir eher so die Bio-Computer ein. Aber Sie fahren? Sie fahren jeden Tag. Wir steuern sie nur überwiegend mit der Hand. Es gibt jetzt so eine Zwischenlösung, da hilft der Computer mittlerweile. Aber die Grundsteuerung funktioniert mit der Hand. Das heißt, diese Fähre kann auch im See stechen? Also vorausgesetzt, wir machen die Leinen los. Leinen los? Leinen los. Ich muss zugeben, ich bin seit ein paar Tagen nicht mehr gefahren. Und da habe ich mir gleich einen der schwersten Brocken ausgesucht. Das ist auch unser größtes Schiff gleichzeitig. Und es kommt natürlich auch wieder meinen Wunsch, vorbildgetreu abzulegen. Ich könnte jetzt natürlich einfach Gas geben und hier mich irgendwie rausquälen. Aber es muss natürlich einigermaßen vorgehen. Das ist eine Autofähre, die auch in der Endlösung irgendwann mal komplett beladen wird. Das heißt, da werden Züge und Autos da vorne draufgeladen werden. Dann wird das Schiff eine Runde drehen und irgendwann seine Autos auch wieder abladen. Also an Fantasie mangelt es dir zumindest nicht, ganz offensichtlich. Und an Herausforderungen auch nicht. Also es gibt noch viel zu tun, aber das ist das Schöne. Die Ideen kommen zwar sofort. Es ist nicht immer schön, wenn man weiß, man hat eine Liste von 200 Punkten, die man gerne machen möchte. Denn Ideen sind ja dazu da, um sie auch zu realisieren. Aber es wird den Moment nie geben, wo man sich sagt, was mache ich denn jetzt? Sondern dann guckt man in der Liste nach. Und der Vorteil ist, wir sind ein bisschen erfolgreich mittlerweile. Das heißt, wir können uns auch ein bisschen die Freiheit herausnehmen, ein bisschen mehr Spaß zu haben noch. Und zu sagen, heute haben wir am meisten auf die Lust, Autoverladung für die Fähren zu machen. Und wir machen häufig auch einfach das, wo nach uns gerade am stärksten der Sinn ist. Im Wunderland teilen sich die skandinavischen Staaten die große Hafenanlage. Am Kai werden die Container und das Stück gut umgeschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für uns wird es jetzt langsam Zeit, die Reise fortzusetzen, die Nord-Ostsee zu verlassen. Es geht weiter Richtung Harz. Aber bevor wir in den Harz fahren, zeige ich Ihnen erstmal noch einen Mann, der genauso technikverliebt ist wie der Gerrit hier, der Jan Flex. Der wohnt in der Oberlausitz und seine Modellbahn ist natürlich ein bisschen kleiner als das Miniaturwunderland hier in Hamburg. Aber auch dort dreht sich ohne Computer nichts. Und diesen Mann haben wir in einer der ersten Folgen von Auf kleiner Spur einmal besucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weihnachtszeit ist Hochzeit für Modelleisenbahn, auch in Bernburg. Seit elf Jahren laden die hiesigen Modellbahnfreunde immer am ersten Adventswochenende zu ihrer großen Ausstellung ein. Wir vom Modellbahnmagazin auf kleiner Spur sind mitten hineingeraten in die Vorbereitungen zur diesjährigen Präsentation. Doch bevor die Besucher hier im großen Saal des Kurhauses von Bernburg die ersten Züge fahren sehen können, müssen sich die Vereinsmitglieder noch richtig reinknien. Jan Flex aus Olbersdorf in der Oberlausitz hat es da einfacher. Er spart sich den Auf- und Abbau seiner Anlage und lässt sie das ganze Jahr überstehen und zwar unübersehbar. Kleine Loks sind seine große Leidenschaft. Wenn Jan Flex sie auf Reisen schicken will, muss er dazu nicht in den dunklen Keller hinab oder hinauf auf den kalten Boden. Er geht einfach ins Wohnzimmer. Eine absolute 1A-Lage für eine Modellbahn mit gewissem Risiko für einen, der als Selbstständiger zu Hause auch noch arbeitet. Ja, den inneren Schwein muss man schon überwinden. Das ist manchmal sehr schwer, früh dann die Eisenbahn Eisenbahn sein zu lassen und hoch zu gehen. Aber man muss ja ein Stück Geld verdienen, also muss man sich durch aufraffen. Jan Flex hat einen eigenen Computerservice. Doch selbst am PC lässt ihn das Hobby nicht los. Regelmäßig pflegt er die Homepage seiner Modellbahn, stellt die neuesten Infos ins Netz. Vor zwei Jahren begann der Aufbau der Anlage im Wohnzimmer, nach einem harten halben Jahrzehnt ohne eigene Platte. Also gefehlt hat sie mir immer in den Jahren, wo ich keine hatte. Oder es war einfach eine Platzfrage, teilweise auch eine Geldfrage, wo die Kinder noch im Hause waren. So in einer Dreiraumwohnung mit zwei Kindern konnte ich mir einfach den Platz nicht abknapsen von der Eisenbahn. Ja, und hier mit diesem Haus hat es sich dann wieder ergeben und ich bin froh, dass ich sie wieder bauen konnte. Beim Aufbau der neuen Bahn kam dem gelernten Elektroniker sein Beruf zugute. Jan Flex hat ein Computerprogramm geschrieben, das den gesamten Verkehr auf der Anlage automatisch steuert. Selbst Loks wie die Sachsenstolz werden mithilfe der Software selbstständig aus dem BW geholt und über eine Drehscheibe in den Fahrbetrieb eingefädelt. Wenn ihm das Nichtstun auf Dauer zu langweilig wird, schaltet der Bahnchef einfach um auf manuellen Betrieb und kann wieder selbst entscheiden, welcher Zug abfährt. Weil der Modellbahner bis jetzt erst ein Drittel des Wohnzimmers okkupiert hat, liebäugelt er durchaus mit einer weiteren Expansion. Wenn ich meine Frau überreide, kriege ich das so vorweg zu tun, dann könnten wir hier noch drei Meter gut dran bauen. Aber die bleibt so groß, wie sie ist. Deshalb wird sich der Oberlausitzer künftig vor allem um die weitere Landschaftsgestaltung seiner H0-Anlage kümmern. Erste Anfänge sind bereits gemacht, wie der Blick auf einige Details verrät. Wenn es um die Landschaft geht, ist Jan Flex übrigens kein Einzelkämpfer. Dafür werden auch Hund Tina und Ehefrau Andrea mit herangezogen. Tina wacht darüber, dass Andrea den Figuren für die Modelleisenbahn den richtigen Anstrich verpasst. Die Gattin war es auch, die Jan Flex das okay gab, seine Anlage im Wohnzimmer aufzustellen. Ich habe Verständnis für das Hobby meines Mannes, weil es mir selber Spaß macht, Männchen bemalen und auch mitgestalten. Und ich finde hinten in der Stube, das gehört irgendwie dazu. Wir sind beieinander, denn wenn unsere Freizeit, mein Mann in der einen Ecke und ich in der anderen Ecke, dann sehen wir uns nach wie vor nicht. Inzwischen ist die Modellbahn so etwas wie der Mittelpunkt im Hause Flex geworden. Doch trotz des gut funktionierenden Ehekollektivs, eines steht fest. An der Platte bleibt auch weiter Jan der Chef. Diese schnelle 18-201 ist einer der Schienenstars der Bernburger Modellbahnfreunde. Flaggschiff des Vereins ist eine große H0-Anlage, die aus fast 90 Modulen besteht. Und die wollen erst einmal zusammengeschraubt sein. Die Aufbauarbeit hält 20 Erwachsene und noch mal so viele jugendliche Vereinsmitglieder einen ganzen Tag lang auf Trab. Für die Koordination in dem scheinbaren Wirrwarr ist der Vereinschef zuständig. Der muss sich darüber hinaus auch um viele Kleinigkeiten kümmern. Ich will den Schülern eine Entschuldigung schreiben, eine Freistellung beantragen für heute, dass sie heute uns helfen können. Dann, wie Sie sehen, ist ja eine Riesenanlage und das ist doch mit viel Kraftaufwand zu bewältigen und da braucht man jede Hand. Wenn die Module endlich in der richtigen Reihenfolge stehen, müssen die Elektriker ran und für einen sicheren Stromfluss von Anfang bis Ende sorgen. An den Übergängen gibt es in jedem Jahr die größten Probleme. Und immer wieder sitzt den Modellbahnern die Zeit im Nacken. Der letzte Tag läuft immer sehr hektisch ab, weil in der Größenordnung können wir so nur einmal im Jahr zeigen, immer nur zum ersten Advent, weil das der einzige Saal ist, der genügend Größe hat. Und es ist immer ein bisschen ein Problem, ob technische Veränderungen, die wir gemacht haben an einigen Modulen, dann mit den anderen zusammenpassen. Also das ist schon kritisch, aber eigentlich haben wir es immer so gegen 16 Uhr hingekriegt, dass die Anlage 16 Uhr den ersten Probigetrieb macht. So auch in diesem Jahr. Kurz vor vier am Nachmittag werden die ersten Wagen aufgegleist und dann rollt endlich die erste Lokomotive aus dem BW. Nun muss nur noch an einigen Details neben den Gleisen letzte Hand angelegt werden und die Besucher können kommen. Die verbleibende Zeit bis zur Ausstellungseröffnung nutzen wir für einen Rückblick. Mitte Oktober fand in Leipzig die Modell- und Hobbystadt ein wichtiger Treff für die Modellbahnbranche. Nicht ganz so bedeutend wie die weltberühmte Nürnberger Spielwarenmesse, aber mit einem entscheidenden Vorteil. Denn in Leipzig dürfen nicht nur Fachbesucher, sondern alle rein. Wenn Leipzig zu Ostdeutschlands größter Modellbahnmesse ruft, dann zieht es nicht nur die Fans in Scharen aufs neue Messegelände. Auch von den Herstellern ist alles vor Ort, was in der Branche Rang und Namen hat. Für uns als sächsischer Modellbahnhersteller ist die Leipziger Messe ein Heimspiel. Hier haben wir endlich die Möglichkeit, mit dem Kunden direkt in Verbindung zu treten, können uns deren Kritiken anhören und vor allen Dingen auch die Wünsche für irgendwelche Neuentwicklungen. Starr am Messestand der Zwickau war unbestritten die Sachsenstolz, die legendäre Dampflok der Baureihe 19. Die Mitbewerber präsentierten gleichfalls viel Hochkarätiges. Rocco zum Beispiel die schnellste betriebsfähige Dampflok der Welt, die 18201. Sie ist nur noch kurze Zeit in der ungewöhnlichen roten Lackierung erhältlich. Außerdem stellte der österreichische Hersteller sein Modell der Baureihe 44 vor. Eine ölbefeuerte Reichsbahnlok der Epoche 4. Sie macht wie einst das Vorbild vor schweren Güterzügen wahrlich eine gute Figur. Doch auch kleine Anbieter waren präsent. Der Leipziger Fachhändler Günzel stellte wie gewohnt einen TT-Sonderwagen in limitierter Auflage vor. Wie immer mit dem Logo einer ostdeutschen Firma, von der Chefin höchstpersönlich ausgewählt. Die Ideen kommen so sporadisch beim Einkaufen. Wenn ich durch die Regale schlendere und sehe die Ostprodukte, dann überlege ich mir, das ist eigentlich ein schönes Logo und das könnte vielleicht ein Motiv für unseren nächsten Sonderwagen sein. Der weltgrößte TT-Bahnhersteller aus Sebnitz brachte die Sonderedition einer V100 in der einmaligen Messelackierung von 1966 an den Start. Auch die nagelneue 62er soll bei Tillig für weiter volle Auftragsbücher sorgen. In einer Branche, die in das weit verbreitete Klagelied von der Wirtschaftskrise nicht mit einstimmt, wie uns der Vertriebschef des Hauses verriet. Klagen kann ich eigentlich nicht mit, in dieses Horn nicht mitblasen. Wir haben dieses Jahr bisher eine Steigerung jetzt per Oktober von 11 Prozent. In den drei Tagen von Leipzig wurde freilich nicht nur ans Geschäft gedacht. Den Besuchern wurde auch viel zum Schauen und Staunen geboten. Eine der schönsten auf der Messe gezeigten Anlagen war die von Lothar Böhmel. Der Mann aus Taura hat sich seit Jahren den sogenannten Tinplate-Bahnen verschrieben, also Loks und Wagen aus Blech. Seine Eisenbahn lässt die gute alte Zeit wieder lebendig werden und vermittelt den Kindern von heute einen Eindruck, wie der Großvater eins spielte. Die Züge der Firmen Märklin und Bing, die auf Böhmels Spur 1 Anlage unterwegs sind, entstanden in der Zeit des Übergangs von der reinen Spielzeug zur detaillierten Modelleisenbahn. Manche von ihnen sind schon 80 Jahre alt. Doch sie haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Faszinierend für die Messebesucher waren auch zwei Anlagen in der kleinsten Modellbahnspur. Nenngröße Z verlangt freilich eine ruhige Hand und gute Augen. Z-Modelle werden im Maßstab 1 zu 220 gebaut. Die Spurweide beträgt gerade mal 6,5 Millimeter. Doch die Miniaturbahn bietet auch einen großen Vorteil. Wer sich seine Eisenbahnwelt in Z erschaffen will, braucht dafür nur wenig Platz. Abstriche an die Funktionsfähigkeit müssen kaum gemacht werden, denn die kleinen Loks und das Zubehör sind wahre Wunderwerke der Technik. Apropos Zubehör. Auch für die Hersteller aus dieser Branche wie den sächsischen Produzenten Auhagen ist die Modell und Hobby ein absolutes Muss. Die Firma begann vor einem halben Jahrhundert mit der Herstellung von Modellbahnhäusern und präsentiert in Leipzig zwei Bahnhofsgebäude aus rotem Backstein im Stil des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Die seltene Epoche 1 war dabei mit Bedacht gewählt. Wir haben das verfolgt die ganzen Jahre zur Nürnberger Messe. Die Berichte, die dann im Nachgang in der Fachpresse standen, da hieß es immer und wieder fehlt der typisch preußische Bahnhof. Und das haben wir zwei, drei Jahre beobachtet und dann haben wir uns gesagt, also jetzt müssen wir. Ortswechsel, Marienberg im Erzgebirge. Von hier aus treten die Auhagen-Gebäude ihre Reise zu den Modellbahnern an. Rund zwei Dutzend Mitarbeiter stehen in Lohn und Brot, sorgen für Herstellung, Verpackung und Vertrieb. Die Häuser werden als Bausätze angeboten und sind größtenteils für die Nenngrößen H0 und TT bestimmt. Einige Gebäude werden im Zwischenmaßstab 1 zu 100 hergestellt, der sowohl für die größere als auch die kleinere Spur geeignet ist. Ute Klinner führt den Familienbetrieb in der vierten Generation seit rund einem Jahrzehnt. In dieser Zeit ist viel Neues entstanden, zum Beispiel die eigene Abteilung Dioramenbau. Hier werden aus einzelnen Firmenerzeugnissen komplette Miniaturwelten erschaffen, mit denen Auhagen auf Messen für sich wirbt. Vor der Wende war so etwas unnötig, heute gehört es einfach dazu. Wir schaffen gleich Anregungen, bringen Hinweise für den Interessierten, für den Modelleisenbahner. Wie kann man es in die Landschaft integrieren, was kann man an Details noch ringsherum anfügen. Und ich denke, umso liebevoller und detailgetreuer das gestaltet ist, mein Mitarbeiter kann das wunderbar und er wird immer besser, umso mehr regt es den Kunden an, zu kaufen und das nachzugestalten. Alte Dioramen werden nicht etwa weggeschmissen, sondern ähnlich einem Theaterfundus aufbewahrt. Auf diese Weise wächst der Vorrat an den kleinen Schaustücken ständig. Und fast alle sind einen oder mehrere Blicke wert. Auch die eigene Firmengeschichte lässt sich anhand von Dioramen ablesen. Diese Häuser stammen aus der Frühzeit der Gebäudeherstellung. Damals in den 50er und 60er Jahren waren sie noch aus Pappe oder Karton. Vor dem großen Umbau im Jahre 1996 sah das Firmengebäude so aus. 1999 verwüstete ein Hochwasser das mittlere Erzgebirge. Ein Diorama erinnert an das damalige Chaos. Das ist die Geschichte. Hier wird die Zukunft gemacht. Die Chefin hat zur Beratung gebeten. Es geht um die Neuheiten der nächsten Jahre. Es geht um die Frage, ob man wieder mit großen Bahnhöfen oder lieber mit kleinen Gebäuden wie einem Lockschuppen aufhattet. Ute Klinner hört sich die Argumente ihrer Mitarbeiter geduldig an. Die Entscheidung bleibt ihr vorbehalten. Die gelernte Wirtschaftskauffrau trat erst im Zuge der Reprivatisierung ins väterliche Unternehmen ein und gelangte so über Nacht in eine Führungsposition. Bereut hat sie diesen Schritt nicht. Es macht viel, viel Spaß und ich möchte eigentlich auch keinen Chef oder keine Chefin wiederhaben. Ich bin so ganz glücklich mit viel Verantwortung, viel Risiko, aber trotzdem soll es hier bleiben. Nicht nur in der Geschäftsführung, auch in dieser Abteilung wird über den Erfolg entschieden. Hier werden die Werkzeuge für neue Produkte hergestellt. Wird beispielsweise festgelegt, wie das Dach eines Wohnhauses später aussehen wird. Oft kommt es dabei auf Bruchteile von Millimetern an. Denn die meisten Modellbahner legen viel Wert auf ein maßstabsgerechtes Aussehen ihres Zubehörs. Und Modellbahner legen Wert auf schnelle Lieferung ihrer gewünschten Ware. Deshalb hat sich im Betrieb auch keine Produktionsweise wie bei Autofirmen durchgesetzt, die einen Neuwagen zum Teil erst nach Eingang einer Bestellung anfertigen. Bei Auerhagen im Sächsischen Marienberg sind alle im Katalog angebotenen Produkte in einem riesigen Lager ständig vorrätig. Jeder Order wird sofort zusammengestellt, verpackt und an den Kunden verschickt. Und jetzt ist es endlich soweit. Die Bernburger Modellbahnausstellung öffnet ihre Pforten, also nichts wie rein ins Geschehen. Staunen, suchen, schauen, bewundern und träumen. Keine Frage, es ist Modellbahnzeit. Die H0-Anlage des MEF Bernburg zählt zu den größten transportablen Anlagen Mitteldeutschlands. Mit drei Modulen fing vor zwölf Jahren alles an, inzwischen sind 86 weitere Teilstücke dazugekommen. Einer der attraktivsten Anlagenteile ist das Modul Schwarzburg mit dem gleichnamigen Bahnhof. Insgesamt bietet die Anlage einer Strecke von 224 Metern Platz. Dazu kommen noch mehrere Meter Straßenbahngleis und einige Schmalspurstrecken in H0M und H0E. Sehr schöne Ausstellung, also verblüffend, was in der Kleintechnik alles möglich ist. Mein Mann ist eingefleischter Eisenbahn-Fan. Da müssen Sie immer mit. Da muss ich immer mit. Ich bin eigentlich wegen meinem Enkel, der möchte es gerne und ich interessiere mich auch dafür. Da ist der Enkel ein guter Vorwand. Ja, das ist ein guter Vorwand, aber ich gehe auch gerne hierher. Sind Sie auch privat zu Hause Modellbahner? Ja, bin ich auch und mein Enkel ebenfalls. Alle kleinen und großen Modellbahner können sich beim Ausstellungsbesuch Anregungen für zu Hause holen. Sehenswert, die Gleisarbeiter an der Nebenbahn. Wer weiß, vielleicht fährt hier ja demnächst wieder ein Zug. Doch ob er sich noch einmal in die Lüfte erhebt? Nur die Vereinsmitglieder haben während der Ausstellung kein Auge für solche Details. Wir sind jedes Mal wieder froh, wenn dann alles läuft. Die Besucher dann den Fahrbetrieb sehen können und ja, jede kleine Unterbrechung ist jedes Mal eine halbe Katastrophe, aber wir kommen klar. Sollte der Verkehr auf den Schienen tatsächlich einmal ins Stocken geraten, gibt es abseits der Gleise immer noch genug zu entdecken. Einen riesigen Rummelplatz zum Beispiel. Die Fahrgeschäfte, die hier um Kundschaft buhlen, sind allerdings nicht Marke Eigenbau, sondern stammen von einer Firma aus dem Schwarzwald. Damit die Illusion perfekt wird, sorgen die Modellbahner für den richtigen Ton. Unter der Platte steht ein Kassettenrekorder mit Geräuschen von einem echten Rummel. Bald entdeckt das geübte Auge des Modellbahners einen weiteren Höhepunkt der Ausstellung. Die TT-Anlage der vor sieben Jahren gegründeten Jugendgruppe. Auch ihre Bahn ist modular aufgebaut und besteht mittlerweile aus zwölf Teilstücken. Kein Wunder, sind die Jungs doch mit viel Eifer bei der Sache. Also viele sagen, dass ich jetzt ein Modellbahnverein bin, das ist kindisch und so, aber davon halte ich nichts. Also ich finde das Hobby wunderbar, also es macht auch Spaß. Manchmal noch mehr als wenn man jetzt im Fußballverein ist, ja, weil es ist immer Abwechslung. Das mit der Abwechslung gilt natürlich auch für die Erwachsenenvereinsmitglieder. Dies ist der neueste Schrei auf ihre Anlage, ein Modell der rollenden Landstraße. Und wer weiß, mit welcher Attraktion sie ihre Ausstellungsbesuche im nächsten Jahr überraschen. Was für die Bernburger die Veranstaltung im Kurhaus ist, ist für die Leipziger seit Langem die Ausstellung Modellbahn unterm Weihnachtsmarkt. Sie wird veranstaltet vom MEV Friedrich List. Dieser, einer der größten Modellbahnvereine überhaupt, hat in diesem Jahr besonderen Grund zum Feiern. Denn vor genau 40 Jahren luden die Leipziger zur ersten Ausstellung ein. Er ist der Chef der Jubiläumsausstellung. Holger Böttger trägt als Vereinsvorsitzender Verantwortung für die Leipziger Mammutveranstaltung. 18.000 erwartete Besucher, drei Wochen lang geöffnet, 18 verschiedene Anlagen. Zahlen, die den üblichen Rahmen einer Modellbahnausstellung total sprengen. Den Gästen ist es recht, denn sie bekommen für ihr Eintrittsgeld jede Menge zu sehen. Die H0-Anlage Rauenfels, eine zweigleisige Hauptbahn mit abzweigender Nebenstrecke, hat bereits eine über 30-jährige Geschichte. 1969 begann die Planung, zwei Jahre darauf war Baubeginn und seit 1973 rollen hier die Züge. Später erhielt die Hauptstrecke zusätzlich eine Oberleitung. Der Modellbahnverein Friedrich List ist so groß, dass seine Mitglieder ihrem Hobby in verschiedenen Gruppen nachgehen. Insgesamt sind über 100 Modellbahnfreunde dabei. Deren Interessen muss der Vereinschef unter einen Hut bringen. Keine leichte Aufgabe für Holger Böttger, auch wenn dem bei der Amtsübernahme im letzten Jahr bereits schwalende, was auf ihn zukommt. Also da ich ja vorher auch schon aktiv im Verein war, habe ich eigentlich schon so ungefähr geahnt, was das wird. Es war ein Bild dann doch überraschend, dass eine Menge mehr dabei ist, die man so nicht wusste. Und eben der Nachteil ist, dass man ja noch voll berufstätig ist und die ganzen, die man jetzt hier mit Behörden hat, die Termine, immer irgendwie einschieben muss. Der nächste Morgen. Holger Böttger, gelernter Nachrichtentechniker, auf dem Weg zur Arbeit. Er ist Projektleiter in der Telekommunikationsbranche. Im Moment installiert er mit seinem Kollegen in einer Leipziger Vermittlungsstelle neueste Internettechnologie. Acht Stunden lang heißt es nun für ihn TSDL statt TT, Breitbandkabel statt Schmalspurbahn. Doch gleich nach Feierabend taucht der Vereinschef wieder in der Untergrundmessehalle auf. Diesmal sieht er am Stand der Schülergruppe nach dem Rechten. Die hat ihre neu entstehende TT-Anlage Bahnhof Auenheim mit zur Ausstellung gebracht und ermöglicht den Besuchern einen nicht alltäglichen Blick auf das Wachsen und Werden einer Modellbahnwelt. Bereits fertiggestellt ist die H0-Anlage mit dem Namen Bad Klausthal. Darauf wirft auch der Vorsitzende immer wieder gern ein Auge. Dargestellt sind Reichsbahn-Szenen aus Epoche 4. Besonders sehenswert sind die wunderschön gealterten Fahrzeuge. Die Schüttgutwagen und die alte 118er sind ihren großen Vorbildern von einst zum Verwechseln ähnlich. Das Modellbahn-Hobby frisst viel Zeit und bei einem, der einen Posten wie Holger Böttger hat, ist es noch mehr. So steckte er immer wieder im Zwiespalt zwischen Hobby und Ehefrau. Es gibt da manchmal einige Probleme doch, wenn man dann hier so in der Woche drei Tage nicht mehr abends zu Hause ist. Es gibt schon einige Schwierigkeiten zu Hause. Aber wir haben es ganz gut gemeistert bis jetzt und so wie es auch seit Jahren und damit ist es eigentlich klar. Auch das ist eine Vereinsanlage von Friedrich List. Der Nachbau der Schmalspurbahn Gerab-Vorten-Wuiz-Mumsdorf in H0M. Ein Highlight ist der Schienenbus. Es gab in Mitteldeutschland nur ein einziges Exemplar davon, das ab 1929 eingesetzt wurde. Die Wuiz-Mumsdorfer Kleinbahn wird wohl auch im nächsten Jahr wieder ein Anziehungspunkt der Leipziger Modellbahnausstellung sein. Allerdings weiß noch niemand, wo die stattfinden wird. Wegen des geplanten Eisenbahntunnels unter der Innenstadt soll die Untergrundmessehalle nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wer muss sich auf die Suche nach einer räumlichen Alternative machen? Natürlich der Vereinschef Holger Böttger. Unsere Rundreise durchs Miniatur-Wunderland geht weiter. Wir sind mittlerweile, wie versprochen, im Harz angekommen. Allerdings ist auch dieses Gebirge wie alles hier nicht ganz realitätsgetreu nachgebildet worden. Das Schloss da oben zum Beispiel, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Und das Modell entstand aus Bausätzen, mit denen man normalerweise eine Feuerwache baut. Auf jeden Fall ist dieses Schloss aber einer der Hingucker auf der Anlage. Doch man sollte auch auf die kleinen Dinge am Rand achten. Musik 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 Auf dieser Kirmes zum Beispiel ist alles da, was das Herz begehrt und was zu einem echten Volksfest gehört. Da kann man mit seiner Liebsten zum Beispiel im Riesenrad fahren. Es gibt jede Menge zu essen und zu trinken, selbst die bekannte und berühmte Thüringer Bratwurst fehlt nicht. Und diese Details sind es natürlich auch, die den Erfolg des Miniatur-Wunderlandes ausmachen. Denn wegen der vielen Züge, da kommen vor allem die Männer. Aber die kleinen, feinen Sachen am Rande, die loggen auch die Frauen hierher. Musik Und so steht hier zum Beispiel Hermann der Etrusker, ein beliebter Ausflugsort. Unterhalb des Denkmals warten deshalb schon die Reisebusse. Diese Modellbahnanlage ist mit den tausenden und vor allem unterschiedlichen kleinen Szenen auf einen Blick kaum zu greifen. Immer wieder sieht man etwas, was einem vorher nicht aufgefallen ist. Musik 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 Monatelange Arbeit steckt in dem Sonnenblumenfeld mit Wasserleiche. Mehr als 30.000 Mini-Sonnenblumen machen das Feld perfekt. Langeweile ist im Wunderland eben ein Fremdwort. Deshalb kommen viele Besucher kreuz und quer aus Deutschland nach Hamburg. Musik 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 Was hat Sie bewogen, heute den Weg mal hier einzuschlagen? Mein Sohn. Warst du denn schon mal da? Nein, ich war noch nicht da. Aber es ist sehr toll hier. Nun ist es ja nicht das klassische Frauenthema Modelleisenbahn. Was hat Sie bewogen, trotzdem mitzufahren? Das hat mit Frau gar nichts zu tun. Das ist für jeden ganz toll interessant. Wir haben früher selbst eine Modelleisenbahn im Keller gehabt. Leider ist sie nie fertig geworden und inzwischen gibt es sie gar nicht mehr. Ich habe selber Verbindung zu einer großen Modellbahnanlage mit 900 Loks und so weiter bei uns in unserer Heimatstadt. Und deswegen hat man da ein besonderes Interesse daran, wie sieht es hier in Hamburg aus. Und ich muss sagen, also das ist das Größte, was ich je gesehen habe und steht ja auch da drüben, die größte Modelleisenbahn der Welt. Doch, das ist interessant. Ich habe es nicht gedacht, dass man so viel hier sehen kann. Ich habe gedacht, da hat es ein paar Eisebahner und dann ist es auch. Das ist ja eine ganze Landschaft. Ich finde es schön. Naja, das sieht alles so aus wie echt. Und das ist ja eine Riesenarbeit, die man sich hier gemacht hat. Das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Wenn man selbst mal ein bisschen was gebastelt hat, was hier an der Arbeit drin steckt. Das ist ja faszinierend. Man sieht ja, wie viel Mühe da drin steckt. Sehr schön. Also wirklich interessant. Auch für Frauen, die sich vielleicht nicht so für so kleine Miniatursachen interessieren. Die kleinen Details. Das ist das Schönste. Die kleinen Figuren und so und alles. Das ist schon schön. Haben Sie eine Modellbahn? Nein, nein. Der Kollege hat. Ich verriere mich jetzt. Ich nehme jetzt alles auf und baue nach Hause, alles nach. Alles, alles. Jetzt bin ich im wahren Wortsinne. Mittendrin statt nur dabei. Mitten im Miniatur Wunderland. Und dieses Leck, das ist natürlich gewollt. Denn bei den Dimensionen der Anlage ist es für die Mitarbeiter immer sehr schwer, einzugreifen, wenn irgendwo eine Havarie ist. Aber diese Öffnung macht es natürlich möglich, dass man das Geschehen hier im Griff hat. Außerdem bietet dieser Standplatz einen fantastischen Ausblick auf das Geschehen im Hamburger Hauptbahnhof. Besucher dürfen natürlich nicht hierher, aber keine Sorge, auch Sie haben den richtigen Durchblick. Denn man kann das Geschehen im Hauptbahnhof hier immer verfolgen, weil auf der Bahnsteighalle noch kein Dach ist. Dieser Bahnhof ist schon gigantisch. Allein der Unterbau der Halle ist extrem aufwendig. Das Schienennetz ist noch größer als beim Vorbild. So treffen hier Züge über Züge aufeinander. E-Loks, ICEs, S-Bahnen. Ach, überzeugen Sie sich selbst. E-Loks, ICEs, S-Bahnen. E-Loks, ICEs, S-Bahnen. Das war's für heute. Die beiden Besitzer des Wunderlands, die Zwillingsbrüder Braun, sind Hamburger mit Leib und Seele. Das merkt man an dem Versuch, diese Stadt in ihrer ganzen Schönheit darzustellen. Immer wieder die Verbindung von Alt und Neu zu zeigen. Und Fußballfans sind die Braunbrüder auch noch. Der Fußballklub HSV und die AOL Arena haben natürlich einen besonderen Stellenwert in der Hansestadt. Die Arena wurde deutlich stärker verkleinert als der normale H0-Maßstab. Will man sowas auf der Heimanlage realisieren, wird es schwierig, denn das Objekt ist schon sehr dominant. Und wie bereits gewohnt, hier bewegt sich der Fahnenschwenker und natürlich gibt es auch eine La Ola von begeisterten Fans. Die Hamburger Fußball Arena ist das aufwendigste Einzelobjekt hier im Miniatur Wunderland. Aber das Wichtigste ist und bleiben natürlich die Züge. Im richtigen Leben wäre das natürlich jetzt eine furchtbare Katastrophe. Im Wunderland ist es nicht ganz so schlimm, denn das ist der Vorteil der Miniaturwelt. Hier gibt es eine Leitzentrale und in der überwacht heute der Lars die Züge. Okay, da hat es gerumst. Lars, was ist da gerade passiert? Ja, wir haben jetzt hier einfach nur einen Zusammenstoß auf der Anlage gehabt, zwei Züge, die ineinander gekracht sind. Und wirklich schlimm sieht es nicht aus. Und sowas übersiehst du auch nicht, weil ihr habt die ganze Anlage es irgendwo überwacht. Wir haben die ganze Anlage überwacht. Wir haben ungefähr 180 Kameras in der Anlage verteilt. Viele unter der Anlage, um da zu sehen, was da an Zügen los ist, was da so fährt und was nicht so fährt. Und viele über der Anlage und können damit so ziemlich jeden Winkel eigentlich ausleuchten. Von hier aus wird das Ganze auch gesteuert. Analog ist da nichts mehr zu machen bei solchen Dimensionen. Nein, absolut nichts mehr. Das ist absolut alles digital. Mittlerweile geht gar nicht anders, so viele Züge auf einmal zu steuern. Habt ihr da selber auch Programme geschrieben oder ist das handelsübliche Software, die ihr verwendet? Zum einen ist das eine handelsübliche Software, die wir hier verwenden für die Zugsteuerung und für das Car-System, für die Autosteuerung. Die Software ist selbst geschrieben, genauso wie die Lichtsteuerung, die das ganze Anlagenlicht und jede einzelne Lampe auf der Anlage überwacht. Nun ist das ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Wie kommt man hier an den Leitstand? Wie ist dein beruflicher Werdegang gewesen? Ja, mein beruflicher Werdegang, ich bin Energieelektroniker gelernter und bin hier irgendwann angetanzt und hab eben angefragt, ob ich mitbauen kann. Hab mich dann um die Elektronik der Anlage gekümmert. Also das heißt, zugesehen, dass wir diesen Fahrbetrieb hinbekommen, den wir jetzt haben. Und ich liege eigentlich mehr unter der Anlage. Und wenn man aber selber eine Anlage mitgebaut hat, dann ist es natürlich ein leichtes, irgendwann die Anlage auch zu fahren, weil man sie eben selber mitgebaut hat und weil man so ziemlich jeden Winkel irgendwo kennt. Und dann ist es leichter, in den Leitstand einzusteigen und in die ganzen Anlagenpläne, weil man genau weiß, wo die Strecken langlaufen. Jetzt haben wir ja hier schon Streckenpläne, aber was mich interessiert, hier drüben ist auch nochmal alles voll, oder was sind das? Ja, das sind halt die gesamten Streckenpläne der Anlage. Einfach durch die Größe ist es nicht mehr auf einen Monitor zu bringen. Richtig, genau. Also die einzelnen Anlagenabschnitte sind auch wieder unterteilt in verschiedene Bahnen. Und die Züge können aber übergreifend über die einzelnen Bahnen fahren. Und ja, es ist einfach nicht mehr auf einem Monitor zu bannen, das Ganze, sondern mittlerweile, wie viele haben wir jetzt hier, 30 Rechnermonitore alleine. Und kann man sie überhaupt noch alleine steuern oder müsst ihr mindestens zu zweit sein? Also es reicht nicht mal mehr, zu zweit zu sein. Wir sind normalerweise mindestens zu viert. Ja, zu viert oder zu fünft normalerweise. Und jetzt viel Spaß im Führerstand. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber hier die zwei fahren nach wie vor nicht. Was kann man da tun? Ja, da ist halt, wie gesagt, dieser Crash passiert. Nicht besonders groß. Aber in so einem Fall kann man hier vom Leitstand absolut nichts mehr machen. Man hat es gesehen und da nutzen uns natürlich die Kameras, damit wir schneller sehen. Aber jetzt müssen wir halt in die Anlage und das beheben. Dann gehen wir an die Anlage. Dann gehen wir an die Anlage. Dann gehen wir an die Anlage. Dann gehen wir an die Anlage und das nicht mehr. Dann gehen wir an die Anlage системaschen. Okay, der Zug ist zusammengekuppelt und kann abfahren. Ähm, nochmal oder so, oder nicht, oder wie, fertig, oder? Äh, jetzt ist erstmal alles gut, du kannst die 12.27 wegfahren. Es kann so ziemlich alles passieren, also das war jetzt was relativ Leichtes mit 2 Zügen, wir haben das auch ganz gerne mal mit 5 Zügen und dann ist natürlich, dann verteilt sich so ein Zug auch ganz schnell mal oder 2 Züge über alle Gleise, die wir hier sehen und dann ist natürlich wirklich Alarm, vor allen Dingen, weil über sämtliche Gleise, die liegen dann alle tot, weil kein Zug mehr rüberkommt, kein Zug mehr dann vorbeikommt und wir haben hier 5 Züge, die Schrott sind und erstmal in die Werkstatt müssen. Was darf beim Bauabschnitt Hamburg des Miniaturwunderlandes nicht fehlen? Richtig, das Wunderland höchstselbst, en Miniatur, bitteschön, hier ist es. Und was darf in der langen Nacht der Modelleisenbahn nicht fehlen? Natürlich eine Ausbildung zum Diplom-Modelleisenbahner, die kann man in Oderwitz machen, viel Spaß dabei. Nicht wundern, hier liegen Sie genau richtig, bei der neuesten Ausgabe von Auf kleiner Spur, dem Modellbahn-Magazin nicht nur für Nietenzähler. Diesmal nehmen wir für Sie Deutschlands einziges Zughotel unter die Lupe. Es liegt in Wolkenstein mitten im schönen Erzgebirge und ist für eingefleischte Eisenbahn-Fans genau das Richtige. Doch bevor ich Sie durch dieses Hotel führe, bringen wir erst einmal die kleine Bahn ins Rollen. Mit Tipps, Trends und News aus der Modellbahn-Szene. Wie in jedem Jahr füllten sich auch diesmal kurz vor Weihnachten die Händlerregale schlagartig mit den neuesten Produkten für die kleine Spur. Nicht nur mit rollendem Material. Die Firma Pico hofft im Weihnachtsgeschäft auf einen ersten Boom für ihr neues H0-Gleis-Sortiment. Mit dem sogenannten A-Gleis gelingt ein schneller und preiswerter Start ins Modellbahn-Hobby. Hier wird es auf einem Fertiggelände der Firma noch verlegt. Der Preis der vorgefertigten Landschaft rund 135 Euro. Das Fertiggelände ist eine sehr schnelle Möglichkeit zu einer Modelleisenbahn zu kommen. Dort ist alles vorgegeben für die Steigungen, für die Gleisführung, für die Gebäude. Man kann also eigentlich alles nur draufstellen und schon starten. Zum Beispiel mit dem neuen City-Express, ebenfalls von Pico. Der einfache Fantasiezug ist für Einsteiger gedacht und kostet um die 50 Euro. Der D-Zero dagegen soll gestandene Modellbahner ansprechen. Für den Triebwagen verlangt die Sonneberger Firma ca. 180 Euro. Gleich drei Neuheiten im Zubehörbereich hält Busch für alle H0-Bahner bereit. Ein Smart-Autohaus. Ein Polizeiauto mit vielen Funktionen. Und diesen romantischen Weihnachtsmarkt. Wir bleiben bei H0. Gützold aus Zwickau geht mit der 71er für ungefähr 155 Euro ins Weihnachtsgeschäft. Passend dazu bietet Pico diese alten sächsischen Personenwagen an. Sachsen-Modelle aus Zittau schickt die mittlerweile auch schon historische Ferkeltaxe für rund 170 Euro ins Rennen. Und Lilliput überrascht mit einer Gleisstopfmaschine ihr Preis um die 64 Euro. Doch auch für die Spur der Mitte gibt es endlich wieder mal viel Neues, wie Fachhändlerin Susanne Feuereisen-Weiß. Also da kommt von der Firma Tillich ein neues Bettungsgleis auf den Markt in den nächsten Wochen. Ist für jedermann sehr gut geeignet. Für Spielbahner, für Profis. Kann auf dem Fußboden und auf Anlagen professionell verlegt werden. Beim rollenden TT-Material gibt es ebenfalls Neuheiten. Diese 55er von Jago für ca. 270 Euro zum Beispiel. Dazu der Autotransportwagen von Tillich und der offene Güterwagen von PMT. Viel neues Zubehör im Maßstab 1 zu 120 kommt von Auhagen. Diese DDR-Einheitsbungalows, eine Waage und ein Lademaß. Die Firma Faller, für ihr Car-System schon lange bekannt, bringt nun auch Dampfwalzen ins Rollen. Mit diesem System lässt sich jedes Straßenfahrzeug jeder Nenngröße bewegen. Es muss lediglich diesen Magnet haben. Und last but not least, endlich bekommen auch TT-Bahner ihren elektrischen Bahnübergang. Und zwar von Fissmann. Mit einem ausrangierten Buffetwagen fing 1990 alles an. Der Wagen wurde damals von dem gelernten Metropa-Koch Ulrich Reuter gekauft. Von der Deutschen Reichsbahn natürlich. Er brachte den Wagen dann hierher nach Wolkenstein, stellte ihn aufs Rangierkleid, sondern eröffnete ein Restaurant auf Schienen darin. Warum eigentlich? Ja, um den Leuten in einer anderen Gastronomie zu bieten. Und ja, um mir selber irgendwie den Wunsch zu erfüllen. Vom Hotel war damals aber noch nicht die Rede. Nein, 1997 kam mir denn die Idee. Dazu braucht man ja jede Menge Schlafwagen. Wo haben Sie die herbekommen? Ja, das waren dann Insider-Tipps, alte Lokführer. Die haben ja zum Beispiel gesagt, wo wir Wagen stehen, vor der Verschrottung gerettet, aufgebaut und dann nach und nach eröffnet. Liegt dieser Eisenbahnvirus bei Ihnen ein bisschen in der Familie? Ja, vom Großvater zum Vorder. Das Kind selber ist bei mir als Kellner angestellt. Und ich bin ein Eisenbahnverrückter. Tja, inzwischen ist das Wolkensteiner Zughotel für Insider längst ein Begriff. Genauso wie das Pöhler Bussel. Das ist die ehemalige Kleinbahn, die von Grünstädel nach Oberrittersgrün verkehrte. Vor 30 Jahren wurde die Strecke stillgelegt, doch als Modell fährt sie noch immer. Zum Beispiel in Magdeburg. Das Pöhler Bussel auf dem Weg durchs Erzgebirge. Seine Fahrt führt durchs Pöhl-Wassertal. Immer wieder über den kleinen Bach. Genau wie beim Vorbild. Darauf hat Thorsten Gutsche genau geachtet. Ich hatte vor fünf Jahren die Möglichkeit, diesen Raum als Modellbahnzimmer zu nutzen. Und ich hatte lange nach einem Bahnhof gesucht, der hier reinpassen würde. Und die Größenverhältnisse von Rittersgrün passen wunderbar hier rein. Nur zum Beispiel fahre zwei, dreimal im Jahr nach Rittersgrün. Und da lag es nahe, diesen Bahnhof nachzubauen. Der kleine Zug hat den Zielbahnhof Oberrittersgrün erreicht. Hier ist Thorsten Gutsche ein Meisterstück der Modellbaukunst gelungen. Drei Monate hat er alleine für den Lockschuppen gebraucht. Das Gebäude besteht aus über 1900 Einzelteilen. Der Gleisplan des Bahnhofs und auch das Empfangsgebäude sehen aus wie das Original. Und das nicht nur von außen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das Gebäude schon mal selber baue, dann werde ich auch die komplette Innenrichtung darstellen. Das kann ich Ihnen mal zeigen. Das Dach ist abnehmbar. Hier ist die komplette Dienstwohnung des Bahnhofsvorstehers, der hier früher gearbeitet hat. Unterhalb dieser Wohnung, die ist auch rausnehmbar, befinden sich die Diensträume. Auch nach dem Originalzustand. Es gibt auf der Anlage noch mehrere Gebäude mit eigenem Innenleben. Die Männer im Sägewerk müssen hart durcharbeiten und können sich keine Pause leisten. Denn schon kommt, gezogen von einer sächsischen 1K, eine neue Holzladung an. Das große Sägewerk gab es im Pöhl-Wassertal allerdings nicht. Es ist ein Fantasieprodukt. Torsten Gutsche kennt sich bei der Bahn bestens aus. Er ist Lokdisponent von Beruf. Den Chef des kleinen Sägewerkes direkt neben dem Bahnhof von Oberrittersgrün kennt er persönlich. Ich habe ihn mal angerufen und habe ihn gefragt, ob er denn einen Bauhelm trägt, so wie diese Figur. Da hat er natürlich gesagt, dass er keinen Bauhelm trägt. So habe ich dann mit einem Fräser diesen Helm abgefräst. Habe dann mit dem Fräser ganz kleine Locken reingearbeitet in den Kopf. Und jetzt trägt er genauso schwarze, lockige Haare wie im Original. Für eine Szene hat das Bastelgenie sogar in der Geschichte gekramt. Das ist eine nachgestellte Originalaufnahme von 1927. Als Beispiel mal dieser kleine Junge hier. Heißt Erhard Jungnickel. Er ist heute 82 Jahre alt und steht noch jeden Tag in der Schmiede und unterstützt seinen Sohn noch in der Werkstatt. Drehen wir also die Uhr ein Dreivierteljahrhundert zurück. Dieses Foto hat dem Meister als Vorbild gedient. Und so detailgetreu hat er die Szene dann auf seiner Anlage umgesetzt. Einmal im Jahr beim Bahnhofsfest zeigt Gutsche seine Anlage vor Ort in Rittersgrün. Jedes Mal präsentiert er dabei Neues. 2004 dürfen sich die Besucher auf eine Premiere der besonderen Art freuen. Eine Modellbahn auf der Modellbahn. Auch ein Pärchen beim Liebesspiel wird die Anlage künftig bereichern. Und sollte daran jemand Anstoß nehmen, kein Problem. Die dazugehörende Anstandsscheune hat Thorsten Gutsche gleich mitgebaut. Der absolute Höhepunkt im Wolkensteiner Zughotel ist er hier. Ein Wagen aus dem alten Regierungszug der DDR. Und jetzt gehen wir endlich mal rein. Tja, und so sah sie aus, die Koje für die Kater. Und weil deren Tätigkeit natürlich immer äußerst anstrengend war, gab es nebenan für die rauchenden Köpfe immer gleich noch eine kalte Dusche. Schön erfrischt konnten sie sich dann im Konferenzabteil zur nächsten Beratung treffen. Die Einrichtung hier ist original erhalten. Das geht vom Tisch über die Einbauschrankbahn bis hin zur HiFi-Stereoanlage made in GDA. Inzwischen freilich stehen die Signale für den alten Regierungswagen längst auf Rot. Es dreht sich kein Rad mehr. Aber da geht es zurzeit einigen Erfurter Modellbahnern auch nicht besser. Der Erfurter Hauptbahnhof. Er wird gerade mit Millionenaufwand zur hypermodernen ICE-Station umgebaut. Doch was kaum einer weiß, die Deutsche Bahn investiert in der Thüringer Landeshauptstadt auch an anderen Stellen. Nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt lässt sie dieses Gebäude sanieren. Einer der Mieter, die Modellbahner vom Bahnsozialwerk. Sie haben ihre große H0-Anlage wegen der Bauarbeiten vorübergehend stilllegen müssen und wie ein Christo-Kunstwerk verpackt. Deshalb fällt zum ersten Mal seit 50 Jahren auch die traditionelle Weihnachtsausstellung des Vereins aus. Viele Erfurter wollen das nicht glauben. Die Leute fragen uns, wir kriegen Anrufe, warum wir das nicht machen, warum wir können zumindest dann die Beratungen machen oder die Dienstleistenden Reparaturen für die Kunden und Beratungen für Anlagenbau. Leider geht es nicht. Seit vier Monaten bleibt in Erfurter nur die Erinnerung an die Fahrtage der Vergangenheit. Bereits Ende August hatten sie ihre Anlage für die Bauarbeiten abgedeckt. Damals hofften sie, dass im Dezember die Züge wieder rollen würden. Doch die Sanierungsarbeiten verzögerten sich. So ist das Vereinsleben bis heute stark eingeschränkt, hält die Zwangspause im Fahrbetrieb an. Alle Mitglieder sehen das Ende der Sanierungsarbeiten in den Vereinsräumen herbei. Auch aus ganz handfesten Gründen. Die Erfurter Modellbahner hoffen, dass sie die frisch renovierten Räume im Januar beziehen können. Ende Februar sollen dann auf ihrer Anlage wieder Züge rollen. Wir besuchen nun einmal die größte H0-Anlage des Freistaates. Und er ist hier der Chef. Der Braunschweiger Holger Gottschlich. Ein Modellbahnfreak, den die Liebe nach Niederoderwitz verschlagen hat. In der Oberlausitz hat er sich in den letzten zehn Jahren seinen Kindheitstraum von einer Riesenanlage erfüllt. Konsequent und kompromisslos. Also entweder Traum oder nicht Traum. Wenn man also halb sein an sowas rangeht, denke ich einfach mal, wird nie was Gescheites draus. Bei Gottschlich ist was Gescheites draus geworden. Auf und neben den Gleisen. Im Maßstab 1 zu 87 zeigt er zum Beispiel den Lebensweg eines Autos. Angefangen bei der glänzenden Präsentation beim Händler. Über den täglichen Einsatz mit all seinen Folgen. Bis hin zum bitteren Ende beim Gebrauchtwagenhändler. Und das kommt bei den Besuchern an. Die Besucher, selbst die Weiblichen, die eigentlich immer nur mit ihren Männern mitkommen, sind also begeistert von den kleinen Thematiken, die hier auf der Anlage sind. Es gab sogar Fälle, da wollten die Männer schon wieder weg. Aber die Frauen haben also dann ihre Gatten zurückgezogen und haben gesagt, schau mal an, da hast du eine Melkerin. Also die Thematiken auf der Anlage sind eigentlich auch das A und O eines Modellmauers. Auf der digitalen Märklin-Anlage düsen 50 Lokomotiven aller Epochen über die Schienen. Das heißt pro Stunde rund 500 Zugbewegungen, die von mehreren Computern gesteuert werden. Selbst Kinderträume einzelner Besucher haben wir hier schon erfüllt. Zum Beispiel ein Stöpke, der kommt also alle drei, vier Wochen mit Oma, mit Opa, Mama oder Papa mal her. Der hatte sich immer beschwert, dass ein ICE zu lange in den Schattenbahnhöfen steht. Was haben wir gemacht? Einen zweiten ICE eingebaut, Egeen gesetzt und er war uns sehr dankbar. Gottschlich erfüllt noch mehr Träume. Wer will, kann sich auf seiner Anlage zum Lokführer ausbilden lassen. Nach kurzer Einweisung durch den Chef beginnt der praktische Teil. Unter den strengen Augen eines Ausbilders, der am Hauptberuf Stellwerker bei der Großenbahn ist. Am Ende des mehrtägigen Lehrgangs muss der Auszubildende sogar eine Prüfung ablegen. Die Oderwitzer Modellbahner nehmen die Sache also durchaus ernst. Es ist am Vorbild orientiert, also die Lokführerausbildung. Weitestgehend am Vorbild, weil es ist eine Modellbahnerlage, da gibt es natürlich Kompromisse. Aber die Auszubildenden, die sollen hier richtig lernen, wie es eigentlich auf der richtigen Eisenbahn zugeht. Eine Urkunde macht den Modellbahn-Lokführer perfekt. Ich hoffe, es waren zwei schöne Tage. Ich gratuliere dir als Ehren-Lokführer auf unserer Anlage jederzeit willkommen. In der Regel wird sie vom Chef persönlich überreicht. Es sei denn, der ist gerade wieder irgendwo in seinem 100 Quadratmeter großen Reich unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Darauf legt Holger Gottschlich größten Wert. Denn für ihn ist seine Anlage viel mehr als nur eine Modellbahn. Ich vergleiche meine Anlage oftmals mit einer Frau. Eine Frau, die attraktiv ist, der schaut man immer hinterher. Dieser Wagen hier rollte einst im Tourex mit DDR-Touristen bis hinunter ans Schwarze Meer. Ich selbst bin einmal mit diesem Zug mitgefahren. Das war 1975. Ich war neun Jahre alt. Und ich kann mich gut erinnern, dass man die Tür hier zum Nachbarabteil ganz einfach öffnen konnte. Das wurde so rumgeklappt und dann hier in der Wand versenkt. Und schon konnte man mit den Urlaubern nebenan plaudern. Und dann habe ich zu Hause noch etwas ganz Besonderes gefunden. Die Original-Speisekarte aus dem Tourex. Das war schon vom feinsten. Selbst Radeberger Exportbier gab es damals. Für 7,90 Mark sogar mit einer Flasche Rotkäppchen Piccolo als legendäres Herrengedeck. Bei uns dreht sich jetzt alles um eine Lok. Nicht um diese sächsische 4K da oben, sondern um die hier. Um das H0-Modell einer 015 der legendären Reko-Schnellzugdampflok der Deutschen Reichsbahn. Gebaut wird das Modell von der Firma Reko und wir haben es gemeinsam mit den Kollegen der Fachzeitschrift Miba einmal auf Herz und Nieren geprüft. Die 015 mit der markanten Kesselverkleidung. Für viele die schönste Dampflok, die es jemals bei der Deutschen Reichsbahn gab. Früher tauchte der ostdeutsche Schienenstar regelmäßig auch im Westen auf. So 1972 in Hamburg-Altona. Die hier abgebildete Maschine diente Reko als Vorbild für sein H0-Modell, das in den Nürnberger Redaktionsräumen der Fachzeitschrift Miba zunächst einmal auf seine Abmessungen hin überprüft wird. In diesem Punkt bescheinigen die Tester dem Modell absolute Vorbildtreue. Das bezieht sich nicht nur auf die Hauptmaße der Lokomotive, sondern auch auf die Details, die ja mitunter sehr, sehr fein, sehr, sehr klein gestaltet sind. Auch die Windleitbleche sowie die vielen Leitungen, Räder und Klappen am Kessel entsprechen dem Vorbild. Wie aber sieht es mit den Fahrleistungen aus? Für diese Untersuchung gibt es in der Miba-Redaktion eine eigene Anlage. Hier dreht die 015 Runde um Runde. Bei einer Testfahrt wird die Höchstgeschwindigkeit ermittelt. Liegen am Trafo 12 Volt Spannung an, erreicht das Modell umgerechnet 130 Stundenkilometer. Dies entspricht genau dem Vorbild. Nächster Test, die Zugkraft. Lasten bis 240 Gramm hebt die Lok über die Schnurlaufrolle völlig problemlos. Erst wenn man die Last weiter erhöht, kommt es zum Durchdrehen der Räder. Doch für einen Schnellzug mit zehn Wagen ist die Zugkraft der 015 völlig ausreichend. Trotzdem, ganz fehlerfrei ist das Modell nicht. Es sind im Wesentlichen aber nur zwei Mängel, die uns aufgefallen sind. Das ist zum einen der etwas große Abstand zwischen Führerstand und Schlepptender, also der Loktender-Abstand. Und zweitens hat die Lok auf der Heizerseite eine Kreuz-Schlitzschraube. Wirkt hier sehr groß und Rocco hätte vielleicht gut daran getan, diese Kreuz-Schlitzschraube wegzutarnen. Den hervorragenden Gesamteindruck des Modells schmälert das nicht. Selbst Lokführer, die jahrelang auf diesen Maschinen gefahren sind, haben nach einem ersten Sichteindruck des Modells gesagt, ja, das ist meine Maschine. Hier bleibt der Preis. Rocco lässt sich sein Qualitätsmodell mit 260 Euro bezahlen. Wem das zu viel ist, der kann auf das schon etwas in die Jahre gekommene Pico-Modell der Lok zurückgreifen und spart dabei rund 100 Euro. Das Wolkensteiner Zughotel gibt es nunmehr seit sechs Jahren und es wächst und wächst. In diesem alten sächsischen Salonwagen zum Beispiel wird demnächst eine Ferienwohnung eingerichtet. Diese Wagen gehörten mal zu einem sogenannten K-Zug. Das waren Züge mit OP-Saal, Krankenbetten, Krankenschwestern, allem drum und dran. Sie sollten in der DDR bei großen Katastrophen zum Einsatz kommen. Demnächst gibt es hier drin eine Jugendherberge und dafür wird der alte K-Zug von Ulrich Reuter komplett umgebaut. Doch nebenbei findet der Meister immer noch genügend Zeit, um alle möglichen und unmöglichen Utensilien seiner geliebten Bahn zu sammeln. Wie hier zum Beispiel diese Uniform. Doch mit diesem Hobby ist er nicht allein. Matthias Lehmann aus Lunzenau ist mindestens genauso verrückt. Matthias Lehmann ist so in die Eisenbahn vernarrt, dass er sich ein eigenes Museum leistet, in dem die Geschichte der Bahn lebendig wird. Das hier übrigens ist es nicht, sondern Lehmanns Arbeitsplatz im Stellwerk des Bahnhofs Kossen. Erst nach Feierabend geht er auf seinen eigenen Bahnhof. Der Haltepunkt Obergräfenhain, bis 1997 dort als Haltepunkt gedient, haben wir dann hergeholt mit dem Tieflader und original restauriert. Und heute bildet er der Heimschutz für mein kleines Museum. Der Haltepunkt lag einst an der Strecke Altenburg-Narsdorf. Die ist inzwischen aus den Kursbüchern verschwunden. Und seit der Umsetzung des Gebäudes gehen in dem kleinen Dienstraum auch keine Reichsbahner aus Fleisch und Blut mehr ihrer Arbeit nach. Lehmann hat dafür zwei stumme Mitarbeiter angestellt. Bilder aus der guten alten Zeit der Eisenbahn, an die sich die meisten von uns noch lebhaft erinnern können und die doch unwiederbringlich vergangen ist. Neben dem Museum gibt es eine kleine Kneipe. Und da hängt er, der ganze Stolz des Eisenbahners, rund 150 Mützen. Meine erste Mütze war die aus Österreich von der ÖBB, aus Wien-Strebersdorf, mit einem Trabi dort gewesen. Das ist schon ganz was Neueres. Das ist Jugoslawien, Slowenien. Die Slowenen haben die Jugoslawen rausgejagt in den Drei-Tache-Krieg oder Zwei-Tache-Krieg. Hatten sich dann vom Logo getrennt und hatten ein neues Kordel herangemacht. Und das ist die Übergangsmütze. Sehr schönes Logo hat auch die Kalifornien Western. Eine Mütze, die ich von einem Gast geschickt gekriegt hatte. Von aus Kalifornien, das ist eine Museumseisenbahn. Und so wächst eigentlich die Sammlung städtisch. Nicht mehr so schnell, wie es am Anfang wuchs, aber doch beständig. Die Kneipe zum Prellbock ist wohl die einzige weltweit, in der das Pilz direkt aus einem Puffer gezapft wird. Dafür ist übrigens Lehmanns Frau zuständig. Denn der Museumsdirektor arbeitet längst an der Zukunft. Hier sind wir nun dabei, noch ein bisschen zu erweitern, die Ausstellungsfläche zu vergrößern und den kleinen Museumsladen einzurichten. Wo wir dann für Sammler und für Hobby-Eisenbahner ein bisschen was anbieten. Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen einzuräumen. Das Gepäcknetz von den alten Reisezüchwagen wurde dann als Ablagemöglichkeit genutzt. Oder halt hier dieser Kleiderständer von dem Leipziger Hauptbahnhof von 1913, wo er eingerichtet worden ist. Das ist schon, glaube ich, eine richtige Rachetät. Momentan geht es in den neuen Räumen zwar noch ein wenig drunter und drüber, doch schon Anfang des nächsten Jahres sollen sie eröffnet werden und einen Museumsbesuch in Lunzenau noch attraktiver machen. Bei uns geht dann ja alles recht klein und bescheulich zu und da mussten wir viele unserer Schätze in Koffern lagern. Wie zum Beispiel unsere Kinderbuchsammlung um fast so 80, 90 Stück und um fast auch einen Zeitraum von ungefähr 100 Jahren sind richtige Rachetäten mit dabei. Und die bekommen dann bald einen ordentlichen, schönen Rahmen in den neuen stehenden Ausstellungsräumen. Schön, dass Sie bei unserem heutigen Modellbahn-Marathon mit von der Partie sind. Wir sind jetzt im Westen von Amerika in Las Vegas. Und hier haben Gerrit und Freddy Braun ganz besonders tief in die Trickkiste gegriffen. Leitstand mal für den MDR. Was? Können wir denn mal das Lichtspektakel Las Vegas haben? Ja, danke! Wir sindiserверter! Wir haben uns mit einemnader Schauspielern gelesen. Wir sind, einfach, die das Lichtspektakel nicht ausbauen! Wir tun gar Untertitelung des ZDF, 2020 Viva Las Vegas! Viva! Viva! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! 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 War das eine Nacht in Las Vegas? Wie gut, dass es eine direkte Verbindung in die Ruhe des Grand Canyons und die Rocky Mountains gibt. Der Grand Canyon, eine riesige Schlucht, 350 Kilometer lang und 1600 Meter tief, natürlich im Original in Amerika. Harry, der Grand Canyon für dich als Bergebauer ein Berg wie jeder andere oder was Besonderes? Nein, der Grand Canyon ist schon was Besonderes. Erstmal ist es eine wunderschöne Landschaft und zweitens hat die mich schon ganz schön gefordert, also ich habe vier Monate an dem Canyon gebaut und zwar habe ich diese Seite hier vor Ort gebaut und da es ja nun sehr eng ist, habe ich die andere Seite hinten in der Werkstatt gebaut. Und dann haben wir sie mit sechs oder acht Leuten eingesetzt und es passte. Und war da auch eine Dienstreise mal drin vom Chef genehmigt, sich das vor Ort mal anzugucken? Wir haben es angesprochen, aber leider war das nicht vorgesehen. Ja, sehr schade. Und ist auch aus Gips, oder? Ist genauso wie alle anderen Berge aus Gips und war natürlich ein bisschen Übung dabei, um diese Strukturen annähernd, sage ich mal, hinzubekommen, die auch eben den Grand Canyon im Besonderen auszeigt. Sind da auch Studien gemacht worden, wo du gesagt hast, so geht es nicht und sagst du dann wecken? Ja, ich habe also mit verschiedenen anderen Materialien, unter anderem mit Kork, auch probiert, um diese feinen Schichtungen hinzukriegen, aber letztendlich hat sich der Gips also doch als bewährt erwiesen. Und ich habe also für den Canyon, habe ich schon etliche Bücher studiert. Und war es schwierig, den Carptoon gleich beim ersten Mal zu treffen? Ja, wir haben ja nun lange überlegt, wie zeigen wir den Canyon, so wie er wirklich aussieht oder so wie die meisten Leute oder viele Leute ihn kennen, nämlich im Abendlicht und eben mit dieser wunderschönen roten Tönung. Und das ist auch die Ecke, die wir also mit Airbrush gemacht haben, sodass man einigermaßen die feinen Übergänge und Nuancen auch hinkriegt. Und wenn du heutzutage ab und zu mal an deinem Grand Canyon vorbeigehst, dann bist du immer noch zufrieden mit dem, was du geschafft hast? Ich bin eigentlich zufrieden. Ich meine, man ist nie ganz zufrieden und hinterher sieht man immer, was man noch hätte anders machen können. Aber ich denke mal, er ist vorzeigbar und er gefällt mir ganz gut. Wenn man vom Colorado Plateau runterfährt, kommt man durch das Reservat der Pueblo Indianer. Die Dörfer sind terrassenartig angelegt. Die Indianer bauen ihre Häuser aus Lehm und luftgetrockneten Ziegeln. Und die stehen dann angelehnt am Felsen. Die einzelnen Räume können die Indianer über Leitern erreichen. Wenn Feinde kommen, nehmen sie die Leitern einfach hoch und schon haben sie ein gutes Versteck. Die Dörfer sind in die Frieden des Puebloes aus Leitern. Die Dörfer ist nicht in der Zeit, der sie sind. Die Dörfer ist nicht immer nur zum Beispiel. Die Dörfer ist nicht in der Zeit, das sehr gut. Die Dörfer sind weil sie nicht in der Zeit. Die Dörfer sind sie bei ihr. Das ist nicht. Halt hat sich die Dörfer kommen und strengen. Bei der Dauerbelastung, unter der Züge, aber auch Schiffe oder Fahrzeuge im Miniatur-Wunderland stehen, da geht natürlich das eine oder andere auch schon mal kaputt. Aber das ist kein ganz großes Problem, denn alle Handwerker, die man braucht, um es wieder ganz zu machen, die gibt es hier auch gleich im Haus. Was machst du denn gerade zurzeit? Ich baue gerade neue Elektronikelemente für den neuen Bauabschnitt zusammen. Okay, dann wollen wir mal den Kollegen hier hinten fragen. Was tust du gerade im Moment? Ich rüste gerade unsere Straßenbeleuchtung von Glühlampen auf LEDs um und löte dafür jetzt gerade mal ein paar LEDs um, die er dann anschließend einbauen kann. Okay, vielen Dank. Und das ist noch nicht alles. Hier sitzen noch mehr Leute, die sich mit kaputten Dingen beschäftigen. Das sieht sehr faszinierend aus. Hat das überhaupt mit Modellbahnen zu tun? Ja, nicht direkt. Das ist ein Teil, das an der Anlagenkante zu sehen ist. Das wird die Area 51. Was ist das? Ja, das ist dieses amerikanische, geheimnisvolle Teil, wo irgendwelche UFOs drin sein sollen und wo man halt nicht genau weiß, was es ist. Und bei uns kann man sich das dann halt angucken. Woher wisst ihr, wie es drin aussieht in so einem geheimen Teil? Oh, das haben wir uns ausgedacht. Bisschen Fantasie und dann geht das schon. Und wozu braucht man so viele Drähte für die UFOs? Ja, das sind zum Beispiel jetzt hier diese ganzen einzelnen Lampen, die müssen einzeln angesteuert werden. Dann habe ich zum Beispiel hier ein Pult drin. Das kann ich auch nochmal zusätzlich schalten. Das soll dann später halt die ganzen Schalten darstellen und ja, dafür braucht man halt viele Drähte, um das alles einzeln anzusteuern später. Wer denn so ein schönes Modell auf seiner Modelleisenbahnanlage hat, der hätte sich damals auch bewerben können bei der Schmalspur-Europameisterschaft in Bremen. Dieses Ereignis und andere Geschichten rund um die Modelleisenbahn, die lassen wir jetzt noch einmal für Sie Revue passieren. Heute bei uns in der Sendung die ersten Schmalspur-Europameister. Der unerbittliche Test, diesmal die neue Tenderlock der Baureihe 75.5. Die Langzeitrapportage. Modellbahner bauen die Spreewaldbahn nach. Und zum Schluss lassen wir in Zittau die Züge rollen. Selbstverständlich auf kleiner Spur. Dampfloks und Meiningen, das gehört zusammen wie der Schuster und sein berühmter Leisten. Denn hier in Südthüringen werden die Stähler in Rösser seit 90 Jahren wieder auf Trab gebracht. Und mittlerweile befindet sich hier Europas größtes Werk dieser Art. Und damit sozusagen mit Volldampf hinein in eine neue Ausgabe von Auf kleiner Spur, dem Modellbahnmagazin. Nicht nur für Niedenzähler. Wir zeigen Ihnen heute aber nicht nur, wie Dampfrösser wieder flott gemacht werden, sondern Trends, Tests und total Verrücktes rund um die Modelleisenbahn. Weil traditionell zur Vorweihnachtszeit auch die Geschäfte der Fachhändler wieder gut gefüllt sind, haben wir uns auch dort für Sie umgesehen. Und hier kommen Sie schon mal die ersten schönen Neuheiten. Die Sachsen sind diesmal ganz groß im Geschäft, Weißfachhändler Günther Feuereisen. Egal ob eine Lok der Müglitz-Talbahn oder das sächsische Kraftpaket, alles neu. Auch dieser schicke Zug war einst auf Sachsens Gleisen unterwegs. Es freut die Modellbahner aus Mitteldeutschland natürlich, wenn ihre alten Schienenstars wieder rollen. Wie diese Lok. Die Einheitslokomotive der Baureihe 84 wurde ausschließlich für die Müglitz-Talbahn gebaut. Und Lilliput hat sich dieses Vorbild angenommen. Nun sind wir aber von Lilliput-Lieferzeiten von vielen Jahren gewöhnt. Und dann ist es natürlich überraschend, dass sie so schnell doch am Markt erscheint. Diese Dampf-Lok der Baureihe 75.5 von Gützold ist für Freunde sächsischer Bahnen ebenso interessant wie die Sachsenwagen von Pico. Ihr Preis pro Stück rund 32 Euro. Ganz frisch in den Läden eingetroffen ist diese Reko-Güterzug-Lok, die 52.8 von Gützold für knapp über 200 Euro. Die dazu passenden Wagen, Halberstädter genannt, stammen von Roko. Stückpreis um die 30 Euro. Auch die Fans der modernen Eisenbahn gehen nicht leer aus. Pico hat die Vogtlandbahn neu herausgebracht. Und das für knapp 200 Euro. Viele Eisenbahnfreunde erleben ja jetzt die Epoche 5 draußen, sind auch von Alters her an Epoche 3 oder Epoche 2 keine Erinnerungen mehr vorhanden. Und folglich bauen und kaufen sie dann auch Fahrzeuge für die Epoche 5. Vor allem an Fans der 30er Jahre richtet sich diese E19 hin. Ihr Hersteller, Fleischmann, ihr Preis rund 220 Euro. Zum Schluss unseres ersten Neuheiten-Blogs noch ein Exot, die Challenger, der Hit für USA-Fans. Ein Hit auch für den Geldbeutel. Mit rund 360 Euro ist die zweitgrößte Dampflok der Welt nicht gerade ein Schnäppchen. Auch diese Lok erhielt in Meiningen einen neuen Rahmen und einen nagelneuen Kessel. Es ist eine Schmalspur-Lok. Wissen Sie aber auch, was ein Schmalspur-Europameister ist? Dann lassen Sie sich mal überraschen. Denn der ungewöhnliche Wettbewerb wurde auf der diesjährigen Euromodellen Bremen zum ersten Mal ausgetragen. Ich sage nur, schmalspurfrei. So sehen Siegertypen aus. Die Freunde der Maria-Zeller-Bahn ließen bei den Anlagen über 10 Quadratmetern in Bremen die Konkurrenz hinter sich. Die Modellbahner waren aus Österreich mit viel Selbstvertrauen in die Hansestadt gereist. Gerechnet haben wir eigentlich schon damit. Wir haben uns recht viel Mühe gegeben. Und ich muss sagen, wir sind, glaube ich, so ziemlich die Einzigen, die fast alles in Eigenbau haben hier. Wenn wir sehen, unsere Oberleitung auf der Anlage ist alles selbst gebaut. Insgesamt 30 Schmalspuranlagen stellten sich drei Tage lang den kritischen Blicken einer Fachjury. Bewertet wurden vor allem Detailtreue, Maßstäblichkeit und der Landschaftsbau. Für die Teilnehmer aus Mitteldeutschland reicht es am Ende nicht zu einem Platz auf dem Treppchen. Trotzdem bereute keiner von ihnen das Abenteuer Europameisterschaft. Dadurch, dass wir immer so viel Personal mit haben, haben wir auch einmal eine Zeit für eine halbe Stunde die Anlagen uns anzuschauen, um auch mal wieder Tricks und Kniffs wieder von anderen wieder zu mausen, so muss man es sagen. Und es gab recht viel abzukupfern bei Teilnehmern aus sechs verschiedenen Ländern. Ob es am Ende nun für den Sieg oder nur für einen Platz unter Ferner Liefen langte, die Idee einer Europameisterschaft kam gut an. Ich finde die Anlagen ganz hervorragend, haben sehr viel Atmosphäre. Ich muss sagen, in Bremen hat sich das wesentlich verbessert, wiegegen über zwei Jahre, da war es also erheblich weniger an Modellbahnen. Es gibt schon sehr schön gestaltete Anlagen, die auch landschaftlich sehr gut gemacht sind, technische Raffinessen dazu haben. Wir bauen die auch an einer großen H0-Anlage in unserem Verein und man hat so allerhand Anregungen hier. Besonders tolle Anregungen konnte man sich an dieser Anlage holen. Der Wittenberger Volkmar Schumann beeindruckte die Bremer und ihre Gäste mit vielen pfiffigen Funktionsmodellen auf seiner Spreewaldbahn in der Größe 1m. Die Gäste kamen aus dem Staunen gar nicht heraus, so viel Bewegliches gab es hier zu entdecken. Übrigens, alle beweglichen Teile auf der Anlage sind Marke Eigenbau. Selbstverständlich auch die alte Trashmaschine. Die aus Sommerdar stammende Familie Wieland war mit ihrer liebevoll gestalteten Anlage Timmelstein angereist. Eine Hommage an die gute alte Zeit der sächsischen Schmalspurbahnen. Auch sie blieben an der Weser zwar ohne Preis, trotzdem war es Peter Wieland zufrieden. Schmalspurbahner wurden in der Anfangszeit der Modellbahnerei eigentlich immer ein bisschen belächelt. Inzwischen hat sich das stark gewandelt, das sieht man hier auch auf der Euromodell. Und ich denke, auch die Resonanz des Publikums zeigt, dass Schmalspurbahnen groß im Interesse sind. Sonst wären ganz einfach nicht so viele gekommen. Am Ende waren es 25.000, die den Weg aufs Bremer Messegelände fanden. Darunter ein Experte, der extra und exklusiv für unsere kleine Spur sozusagen einen fahren ließ. Zum Beispiel, die Lok fährt jetzt am Bahnhof los. Ganz kurz, alles wie gesagt, Dampf-Lokomotive. Auf diesen großen und mächtigen Rädern können Sie bald schon wieder kreuz und quer durch den Harz fahren. Denn diese Räder sind für eine Lok der Harzer Schmalspurbahnen bestimmt. Und wir schauen uns mal an, wie die jetzt wieder unter die Lok kommen. Wir erleben einen Radwechsel hautnah. Ganz so schnell wie beim Pkw zu Hause geht das natürlich nicht. Dafür müssen hier auch ein paar Tonnen mehr bewegt werden. Und zwar ganz vorsichtig. Denn am Ende ist alles absolute Millimeterarbeit. Wenn die Lok dann fertig aufgeaxt ist, dann vergehen ungefähr noch einmal zwei Wochen, ehe sie ausgeliefert werden kann. Der Kunde, in dem Fall die Harzer Schmalspurbahn, der kann diese Auslieferung ganz getrost entgegensehen. Denn Meiningen, das steht für Qualität. Genauso wie die Modellbahn-Lokschmiede Gützold. Die Zwickauer Firma kam ja neulich mit dem neuen H0-Modell der 75-5 heraus. Wir haben diese Maschine einmal gemeinsam mit den Kollegen der Fachzeitschrift Miba auf Herz und Nieren geprüft. Eine Modellparade der Baureihe 75. Die württembergische, die kleine badische, die große badische und schließlich die nagelneue sächsische Eben, die 75-5. Ihr Vorbild gilt als eine der gelungensten Länderbahn-Lokomotiven überhaupt und wurde oft auch als sächsisches Kraftpaket bezeichnet. Im Original bewährte sich die Lok im Vorortverkehr von Großstädten ebenso wie auf schwierigen Erzgebirgsstrecken. Und wie fällt das erste Urteil über das neue Modell aus? Ganz hervorragend. Auf fast ein Zehntel genau hat man heutzutage ein Modell hingestellt, das absolut dem Standard des Modellbaus entspricht. Man hatte ja schon mal in den 60er Jahren ein Modell im Programm, aber dieses hier ist eine völlige Neukonstruktion. Besonders markant sind die vielen Kesselaufbauten der Maschine. Eine echte Herausforderung für die Zwickauer Modellbauer. Alle Details des Originals wurden 1 zu 87 wiedergegeben. Insbesondere der charakteristische Oberflächenvorwärmer der Bauart Knorr, hier neben dem Schlot, wurde mit seinen freistehenden Leitungen hervorragend getroffen. Mit rund 337 Gramm ist das Lokmodell ein echtes Schwergewicht. Wie aber sieht es mit den Fahreigenschaften aus? Wir schicken die 75-5 auf die Teststrecke und lassen Sie Ihre Runden drehen. Unsere Ergebnisse? Für eine ruckfreie Langsamfahrt müssen am Travo mindestens 2 Volt Spannung anliegen. Damit erreicht die Lok umgerechnet eine Geschwindigkeit von ca. 8 kmh. Erhöht man die anliegende Spannung auf etwa 10,5 Volt, fährt die Lok rund 75 kmh schnell. Und das entspricht bereits der vorbildgerechten Höchstgeschwindigkeit. Sie ist ein wenig zu schnell, liegt aber noch innerhalb der Norm und läuft leise und ist auch zumindest bei Vorwärtsfahrt sehr zugkräftig. Hier der Beweis. Lasten bis 224 Gramm hebt die Lok ohne Probleme über die Schnurlaufrolle. Erst wenn man das Gewicht weiter erhöht, stößt die Maschine an die Grenzen ihrer Zugkraft. Fazit? Das neue H0-Modell überzeugt auf der ganzen Linie. Beim Aussehen ebenso wie bei der Leistung. Bleibt die Frage nach dem Preis. Gützold legt die Preisempfehlung bei 232 Euro. Das ist gemessen an dem, was man hier geboten bekommt, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Teuer ist auch das Modellbahn-Hobby. Wer kennt die nicht, den prüfenden, leicht nervösen, fragenden Blick der Ehefrau, wenn man zu Hause schon wieder mit einer Kleinigkeit für die Anlage aufkreuzt. Aber dabei gibt es doch so viel Schönes Neues. Das zum Beispiel. Neu für die Spur N ist das deutsche Krokodil, die E194 von Fleischmann zum Preis von rund 165 Euro. Der japanische Hersteller Kato hat sich, ebenfalls in N, an den Kalex herangewagt. Den gibt es für knapp 200 Euro. Und er geht vor allem in den neuen Ländern weg wie warme Semmeln. Kalex, Vindobona, Corolla, die sind nun mal hier gefahren und deswegen auch das Interesse hier sehr groß. Auch TT-Bahner können ihre Anlagen mit schönen Modellen schmücken. Zum Beispiel der 18201 von Jagu. Ziemlich schnell, aber mit über 400 Euro auch ziemlich teuer. Roku hat in der Spur der Mitte die Rangierlock der Baureihe 80 neu aufgelegt. Für rund 100 Euro ist man dabei. Ebenfalls eine Wiederauflage von Roku ist die russische Ludmilla. Ihr Kostenpunkt ca. 125 Euro. Der Panzerzug dahinter entstand beim TT-Club Schauer. Für ihn wird man rund 100 Euro los. Mit Rote schickt ein anderer aus deutscher Kleinserienhersteller diesen Elektro-Triebwagen ins Rennen. Und das für ca. 250 Euro. Beim Zubehör, ebenfalls für TT, bietet Auhagen nun ein Förderband für seine Ladestraße an. Von SES stammt der Trabi mit dem Dübener Ai am Hagen. Und von Busch kommt der Multicar. Allerdings ist er für H0-Anlagen bestimmt. Auf den soll es künftig auch neben den Gleisen schön bewegt zugehen. Faller haucht nämlich mit diesem fünfteiligen Set für knapp 200 Euro einer Baustelle Leben ein. Das ist ein Trend. Das muss auf der Modelleisenbahn, bedingt durch die Präsenz der Medien, dass sich alles bewegen muss, nun auch auf der Modellbahn die gleiche Bewegung nachahmen. Und wie zum Beweis geht es auch bei dieser Neuheit, ebenfalls von Faller, nicht mehr ohne Bewegung. Ich bin jetzt nicht in der deutschen Bücherei, sondern immer noch im Dampflokwerk Meiningen. In 90 Jahren Betrieb fällt natürlich jede Menge Papier an. Zumal das Werk das Glück hatte im Zweiten Weltkrieg, nicht zerstört zu werden. Und hier im Archiv der Konstruktionsabteilung werden alle Zeichnungen, Dokumente und Anleitungen rund um die Dampflokomotiven aufbewahrt. Das ist natürlich ein kostbarer Schatz, nahezu unbezahlbar. Denn egal, welche alte Dampflok auch nach Meiningen zur Reparatur kommt, irgendwo hier drin finden sich die notwendigen Unterlagen dafür. Wenn also jemand nach Meiningen kommt und braucht zum Beispiel den Querschnitt der Güterzuchtdampflok der Baureihe 5040, findet sich das hier sofort oder aber auch, was gibt es noch? Hier zum Beispiel eine Gesamtanordnung einer Schnellzuchtdampflok der Baureihe 03. Unsere Langzeitdokumentation über den Nachbau der Spreewaldbahn im Modell, die reicht zwar nicht neun Jahrzehnte zurück, aber immerhin gibt es heute auch schon Folge 3 davon. Erinnern Sie sich noch? Auf drei Sperrholzplatten wollten die Männer die Bahn errichten. Zunächst wurden auf einem Korkbett die Gleise verlegt und angeschlossen. Später Kunstbauten eingesetzt und schließlich alles angepasst. Nun ist es Zeit, sich an den Landschaftsbau zu wagen. Das heißt unter anderem, Bäume müssen wachsen. Sie entstehen aus kleinen Birkenzweigen. Eine Pappe wird am Bahnhof Burg als eine Art Bahnsteig dienen. Jetzt werden wir die Pappe ankleben und dann wird die Sandschüttung nachgebildet, weil dort keine richtigen Bahnsteige waren, sondern es wurde bloß Dreck und Sand zwischen die Gleise geschüttet, damit die Leute gefahrlos rüberlaufen konnten. Jetzt erhalten die Bäume ihr grünes Kleid. Dazu werden die Baumstimme mit Islandmoos bedeckt. Ein Gemisch aus Kaltleim und Wasser sorgt für den nötigen Halt des Laubdachs. Das Umfeld eines Bauernhauses wird hier gestaltet. Auf den Anstrich aus brauner Abtönfarbe und Latexbindemittel wird zunächst Sand gestreut. Ein Styroporstück wird mit Leim bestrichen und danach ganz mit Balsaholz bedeckt. Wird das Teil nun auf die Anlage gestellt, erkennt jeder. Das ist ein echter Misthaufen. Die Tiere für die Szenerie kommen vom Fachhandel und schon sieht das Ganze ziemlich echt aus. Jetzt muss noch Gras gesät werden. Auf den Anstrich aus Abtönfarbe und Latexbindemittel wird zunächst grünes Streumaterial aufgetragen. Später kommt noch ein Pflanzenvlies dazu. Das soll also ein Krautfeld werden. Spreewald ist ja bekannt für Spreewälder Sauerkraut. Und das wird erst mit der Farbe hier, ein Gemisch aus Latex und Abtönfarbe, eingestrichen. Und dann ist ausgesiebte Gartenerde, haben wir hier dazu, die dann drauf gestreut wird mit Kaffeesieb. Und dann werden die Kohlköpfe, die werden aus grünen Pfefferkörnern nachgebildet. Wobei das Ganze eine unglaubliche Sisyphusarbeit ist. Eine Holzleiste wird zur Kante der Ladestraße am Bahnhof. Die Lücke zwischen ihr und dem Gleisbett wird mit Korkschrot gefüllt. Das Ganze wird in bekannter Manier gestrichen. Ausgeschnittene Pappecken mit einem am Computer gestalteten Muster stellen altes Straßenpflaster dar. Auch das Ladegut ist selbst gebaut. Die Ziegelstapel bestehen aus bunt bedrucktem Papier. Der Rübenhaufen entstand aus Kiefernsamen. Und der Kohlehaufen ist sogar aus echter Kohle. Nach ein paar Tagen weiterer Feinarbeit ist unsere Spreewaldbahn nun fertig. Wer vermag jetzt noch die grünen Pfefferkörner zu zählen, die hier zu einem Kohlfeld wurden? Gleich nebenan wurde ebenfalls geklotzt und nicht gekleckert. Wir stehen an einem Hopfenfeld. Im Spreewald gibt es den berühmten Spreewald der Hopfenextrakt. Und muss also auch Hopfen angebaut werden. Wir haben uns das hier in der Zeitzer Gegend angesehen, wo einige Hopfenfelder sind. Und haben das nachgebaut. In Schaschlikstäbe eingeklebt. Dann sind längs und quer Drähte gespannt. Und die Senkrechten sind mit Leim bestrichen, grünes Streumaterial aufgeklebt und dann eingehangen. Die Ladestraße mit ihren Gütern erhielt gleichfalls einen letzten Schliff. Ebenso der Fluss, der der Spreewaldbahn ihren Namen gab. Und natürlich auch der Bahnhof von Burg, an dem unsere dreiteilige Reise nun zu Ende geht. Der Zitterhofer-Verein Ziemeck hat sich für seine jüngste Anlage Inspiration bei der Großenbahn gesucht. Und ist quasi vor der eigenen Haustür fündig geworden. Nein, er gehört nicht zum Club. Aber er. Und er. Er auch. Und er hier sowieso. Mit Argus Augen und hoch konzentriert sind die Mitglieder des Zittauer Clubs bei der Sache. Ihr jüngstes Kind? Eine Schmalspuranlage nach dem Vorbild der Kleinbahn von Zittau nach Eubin. Mit allem drum und dran. Wir als Zittauer sind ja alle mit der Bahn groß geworden. Wir sind ja zu einer Zeit groß geworden, wo nicht jeder einen PKW hatte und wo das dazugehörte. Der Familienausflug nach Eubin, selbstverständlich mit der Bahn. Über 40 Jahre gibt es den Zittauer-Verein schon. Doch an eine Schmalspurbahn haben sich die Männer hier zum ersten Mal gewagt. Wir haben schon lange auch vor der Wende dran gedacht, man müsste ja. Aber das scheiterte einfach an dem rollenden Material, was nicht vorhanden war. Und der Eigenbau der solchen Spezialisten haben wir nicht dabei. Und die Modelle, die Bausätze aus dem Westen, die kamen wir nicht an. Nun, da der Westen auch im äußersten Osten angekommen ist, ist dieses Problem längst gelöst. Ob auf oder neben den Gleisen, vieles ist möglich. Selbst die Autos fahren heutzutage auf der Anlage der Zittauer. Doch noch mehr als über den flotten Jeep wundern sich Besucher über ein Detail, das direkt mit der Eisenbahntrasse zu tun hat, die sich an den typischen Umgebindehäusern vorbei weiter Richtung Gebirge windet. Was hier immer wieder nachgefragt wird, ist ja, war denn die Bahn wirklich mal zweigleisig? Das können sich viele nicht vorstellen. Es gab hier in Deutschland noch eine zweite Schmalspurbahn auf der Insel Wangerooq, die zweigleisig war und noch ist. Aber bei uns ist das alles lange Geschichte und da fragen sehr viele danach. Aber wir können bestätigen, es war so. Und zwar von 1913 an für drei Jahrzehnte. Damals herrschte immer so starker Ausflugsverkehr, dass es ohne zweites Gleis gar nicht ging. Am Endbahnhof von Eubin haben die Modellbahner auf eine bequeme Kehrschleife verzichtet. Also lassen sie ihre Züge immer Kopf machen, was vor allem viel Rangierarbeit bedeutet. Aber es hat sich nun herausgestellt, dass es doch von vielen so lieber gesehen wird, als wenn die Züge verkehrt herum über eine Kehrschleife fahren würden und verkehrt herum nach Zittau zurückkehren. Das sieht nicht original aus und deswegen ist Zorum schon richtiger. Nicht ganz so streng sind die Zittauer, wenn es um das rollende Material geht. So sieht man auf ihrer Anlage zum Beispiel Züge aus der uralten Privatbahnzeit, als die Wagen noch Heberleinbremsen mit dem dicken Seil hatten. Während dieser Güterzug aus jenen Tagen stammt, als die Bahn Teil der königlich-sächsischen Staatseisenbahn war, fuhr der Personenzug der Deutschen Reichsbahngesellschaft erst in den späten 20er Jahren. Alle ihre Züge haben die Männer des Vereins fest im Visier. Nur für die Gefahr am Bahndamm hat keiner von ihnen einen Blick. Wenn das mal gut geht. Jetzt sind wir am Arbeitsplatz des Mannes, unter dem das Wunderland nicht so aussehen würde, wie es aussieht, am Arbeitsplatz von Bobby, dem Szenarienbauer. Bobby, weißt du denn noch ungefähr, wie viele Figuren in den letzten Jahren hier durch deine Hände gegangen sind? Das kann ich nur noch schätzen. Ich schätze so 20 bis 25, vielleicht sogar 28.000 ungefähr. Also ich habe aufgehört zu zählen. Und die stehen alle nicht nur so belanglos auf der Platte, sondern da ist immer auch eine Idee dahinter. Ja. Wie kommt man zu solchen Ideen? Wie kommt man? So ist das Leben. Ich habe jetzt gerade hier vorne eine Zahnarztklinik gemacht, weil wir die A noch nicht auf der Anlage haben. Und B gibt es sowas auch nicht zu kaufen vom Hersteller. Deswegen muss man sich das eben halt selber ausdenken. Und dann bringt es auch am meisten Spaß, das dann zu bauen, als wenn man das jetzt fertig bekommen würde. Was nimmt hier gerade Gestalt an? Das wird ein Kaufhaus. Das ist jetzt so eine Nobel-Boutique. Da bin ich jetzt gerade dabei, die Kasse zu bauen, beziehungsweise da, wo die Kasse draufsteht. Wenn du ein neues Szenario entwürfst, ist es dann für die anderen Kollegen und Mitarbeiter immer eine Überraschung und ein Geheimnis, bis zu dem Moment, wo es dann auf der Anlage erscheint? Oder kommen die auch vorher immer schon mal vorbei und gucken, was hier passiert? Ja, man kann es gar nicht geheim halten, weil jeder, der jetzt hier vorbeikommt, der guckt natürlich. Oder mein Arbeitskollege, der neben mir sitzt oder der mir gegenüber sitzt, da guckt man auch. Oder wenn man irgendwas braucht, dann geht man natürlich auch hin und fragt, hast du das und das. Und dann guckt man natürlich, was macht der gerade. Das ist ja nun kein normaler beruflicher Wertegang. Wie wird man denn Szenarienbauer beim Miniatur runterlanden? Ach, das, also ich bin, normalerweise bin ich Innenarchitekt, studiert und Freddy Braun hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, bei der Eisenbahn mitzumachen. Dann habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen komisch angeguckt. Ich sage, wie Eisenbahn, ja, hast du noch nie mit Eisenbahn gespielt? Nee, überhaupt nicht. Ich sage, ich kann dir auch nicht sagen, ob ich das bringen würde, weil da muss man natürlich ganz anders umdenken. Und das fiel mir, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang auch ziemlich schwer, das umzusetzen. Aber jetzt ist es eigentlich, ja, normal geworden im Grunde genommen. Gibt es Szenarien, an denen dein Herz besonders hängt oder wenn sie dann auf der Anlage stehen, sind sie auch aus deinem Gedankenweg? Nee, also da gibt es schon so einige Sachen. Ich habe jetzt gerade diesen Antikmöbelmarkt fertiggestellt auf der Anlage, den wir so auch so noch nicht hatten, weil ich selber fast jedes Wochenende auf dem Flohmärkten rumlaufe und Antikmöbelmärkten und habe gesagt, okay, das müssen wir auch noch auf der Anlage haben. Ja, und dann das Highlight schlechthin ist Schweden, die Schneelandschaft. Also ich habe komplett Schweden gebaut, außer jetzt die Berggeschichte da rechts von Schweden, das habe ich nicht gemacht, aber sonst alles. Und da habe ich damals auch zu Freddy gesagt, also wenn wir Schweden machen, dann möchte ich das ganz gerne mit Schnee machen. Und dann auch richtig Schnee, nicht so hier vorne wie auf den Alben, nur so ein bisschen Schnee ist. Also es muss richtig zugeschnallt sein. Das ist für mich eigentlich das Highlight. Und dann gibt es noch so andere Geschichten, so wie das Somnlumfeld oder Hamix Tierpark oder Amerika vorne. Das gibt viele Sachen. Privat haben Sie aber wohl keine Modellbahn, das reicht. Nee, ich habe auch noch nie in einer Modellbahn besessen. Also ich habe Karrierabahn früher gehabt, aber Eisenbahn selber nie. Hat mich auch nie interessiert, komischerweise. Der Innenarchitekt Bobby hat beim Team den Spitznamen Kreativitätsmaschine. Jeden Tag hat er wieder neue Ideen und viele seiner Szenen bringen einen zum Schmunzeln. Diese Bretteransammlung soll ein Flughafen werden. Und wie immer natürlich was ganz Besonderes. In den fünf Jahren, die es die Hamburger Ausstellung mittlerweile gibt, ist sie immer weiter gewachsen, Stück für Stück. Und dieser Prozess ist noch längst nicht zu Ende. Nein, er geht immer weiter. Und das Ganze läuft nicht nur hinter verschlossenen Türen ab. In Hamburg gilt der Spruch, Betreten der Baustelle erlaubt. Und dann sieht man ihn meistens mittendrin, den Chef Gerrit Braun mit seinen neuen verrückten Ideen. Was macht denn das? Nein, hier Rüssel. Fahrgastbrotten oder wie auch immer. Fluggassterbeestau. Fluggas ersteig. Fluggas. Fluggassteig. In der ersten Planung, da fängt man an zu überlegen, wir können Autos zum Fahren bringen, wir können Zügel zum Fahren bringen. Noch vor den Schiffen kam eigentlich der Wunsch mit dem Flughafen. Der ist aber technisch so anspruchsvoll und braucht so viel Platz, dass ich ihn immer wieder verschoben habe. Und jetzt irgendwann sagt man sich auch, Wünsche sind dafür da, um erfüllt zu werden. Jetzt möchten wir uns eigentlich diesen Wunsch des Flughafens endlich mal erfüllen und haben jetzt gesagt, wir fangen mal damit an. Aber die Flugzeuge werden hier nicht fliegen? Nicht ganz. Das ist genau die Herausforderung. Wenn wir sie wirklich fliegen lassen würden und wir bei der Technik irgendwie auch nur einen kleinsten Alltagsfehler haben, gibt es gleich teuren Schaden. Abgesägte Häuser und natürlich das Flugzeug ist kaputt. Nicht daran zu denken, dass das Ding aus der Kontrolle geraten, eventuell auch in die Zuschauer fliegen könnten. Deswegen haben wir ziemlich früh gesagt, nicht fliegen. Aber die Variante mit den Bändern ist so zum hier mal so zur Schaustellen ganz nett. Aber in dem Moment, wo man Bänder anfängt zu bewegen, schaukelt es auch nicht gut. Dann hatten wir überlegt, mit Stangen von unten, von oben, von der Seite oder woher auch immer. Und da haben wir jetzt meiner Meinung nach einen Kompromiss gefunden und ich hoffe einfach, dass es die Lösung ist. Die Technik steht komplett hier im Kopf und bei ein paar Kollegen, mit denen wir das zusammen geplant haben, steht eigentlich. Und die Flugzeuge sind auch im H0-Maßstab 1 zu 87 oder muss man da einen anderen Kompromiss machen, weil es das gerade nicht gibt? Da ist das Problem, es gibt sie nur in 1 zu 100. Da ist das nächste Problem, das ist ein Maßstab, der bei Flugzeugmodellbauern früher mal beliebt war und heutzutage nicht mehr. Das heißt, diese Flugzeuge, die hier zum Beispiel in der Decke hängen, das sind zwar Maßstab 100 Flugzeuge, aber die sind nicht mehr der Modellbau, wie man es kennt. Das sind alles Einzelstücke, die aus Vollguss gefertigt sind. So den Modellbausatz, den man im Laden kaufen kann in 1 zu 100, gibt es keine aktuellen Verkehrsflugzeuge. Das heißt, wir stehen im Moment wirklich vor dem Problem, die selbst bauen zu müssen. Das gelbe Plakat zeigt es ja schon an, es wird ungefähr noch ein Jahr dauern, bis der Flughafen fertig ist. Und danach geht es immer weiter oder ist irgendwann einfach mal der Platz komplett verbaut hier? Theoretisch ist der Platz irgendwann verbaut. Das haben wir aber schon dreimal gesagt und haben dann doch wieder eine Mietfläche dazugenommen in diesem Haus. Jetzt haben wir mittlerweile Hälfte des fünften Stock, den vierten, den dritten Komplett, Hälfte des zweiten Stocks. Es ist zwar so, dass hier auch andere Mieter sind und ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, geh mal oder so, aber es ist halt so, es wird immer mal irgendwo was frei. Es ist zwar nicht mehr so viel Platz hier in dem Gebäude, das heißt, ich hoffe einfach mal und ich gehe auch fest davon aus, bis jetzt hat es geklappt, dass das immer irgendwie klappt, dass wir noch mehr Platz kriegten. Aber auch für die Notlösung, dass wir in zehn Jahren sagen, wir haben keinen Platz mehr, würde uns was einfallen lassen. Und wenn es eine Brücke über den Fleth ist in den Nachbarspeicher, denn da ist noch ganz viel frei. Fünf Jahre lang haben die Jungs vom Hamburger Miniaturwunderland Tag und Nacht gearbeitet, damit ihre Anlage zu solch einem Schmuckstück wurde. Der Rentner Volkmar Schumann aus Lutherstadt-Wittenberg hat das ganze Leben an seiner Modelleisenbahn gebastelt. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Heute bei uns in der kleinen Spur, eine US-Anlage, in der es mal nicht um den Wilden Westen geht. Experte Günther Feuereisen mit Tipps für alle Einsteiger ins Modellbahn-Hobby. Der neue Taurus von Pico in TT stellt sich unserem harten Test. Und wir schicken die Züge der alten Spreewaldbahn noch einmal in Spur 1 auf eine nostalgische Reise. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Auf kleiner Spur, dem Modellbahn-Magazin. Nicht nur für Niedenzähler. Heute von der ältesten betriebsfähigen Schmalspurbahn Deutschlands, der Mansfelder Bergwerksbahn. Und die ist gerade stolze 125 Jahre alt geworden und feiert das auch entsprechend am Bahnhof Bendorf. Tja, das lange Warten ist endlich vorüber. Aber unsere Sommerpause ist zu Ende. Und wenn Sie wissen wollen, was sich inzwischen auf der kleinen Spur bewegt, dann kommen Sie ganz einfach mit auf die Leipziger Messe Modell-Hobby-Spiel. Auftritt eines Messestars. Mit dieser Lok der Rätischen Bahn steigt die Firma Brava ins Gartenbahngeschäft ein. Das 1300 Euro teure Schmuckstück drehte in Leipzig erstmals öffentlich seine Kreise und gehörte zu den Neuheiten auf der Veranstaltung, die insgesamt 110.000 Besucher anlockte. Ein absoluter Rekord und das passend zum Jubiläum. Denn die Messe fand in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Wir haben angefangen mit 42 Ausstellern aus dem Modellbahnbereich und sind in diesem Jahr bei 155 Ausstellern. Ich denke, das ist eine gute Entwicklung. Ebenfalls brandneu, der Desiro in TT, Preis ca. 220 Euro. Die Firma Tillich hatte ihn im Gepäck. Die Sebnitzer sind seit Anfang an in Leipzig dabei. Am Stand erinnert man sich noch gut an den mühsamen Beginn. Damals sah die Situation wirklich ganz anders aus. Wir waren die ersten Tage fast ganz alleine hier auf der Messe. Es ist an dem Sonnabendnachmittag ein ordentliches Publikum zwar da gewesen, aber die anderen Tage nicht. Das hat sich gut zwei Jahre so hingezogen, sodass wir eigentlich gedacht haben, dass es damit dann erledigt ist. Doch es kam zum Glück anders. Auch weil viele Aussteller der ersten Stunde der Messe einfach die Treue hielten. Nach der ersten Messe war das schon klar, wenn es die Messe durchsteht, dann sind wir auch immer dabei. Und die macht es ja an und für sich mit Bravour, sind ja genug Leute da. Diesmal präsentierte die Marienberger Firma neben der neuen Tankstelle auch diesen Lockschuppen für rund 30 Euro und den Bauhof für knapp 17 Euro. Leipzig ist mittlerweile ein Muss für alle namhaften Hersteller. Keiner kann es sich leisten, durch Abwesenheit zu glänzen. Immerhin hat die Messe ein großes Einzugsgebiet. Jeder vierte Besucher vor über 100 Kilometer, um dabei zu sein. Wir sind fast jedes Jahr hier. Mindestens achtmal fast jedes Jahr. Wir sind schon öfters hier gewesen in Leipzig. Und dieses Jahr ist Auffallung sehr gut. Also es sind schöne Anlagen dabei und auch viele Aussteller. Sie haben gute Sachen mitgebracht. Also müssen wir uns schon schauen. Zum Beispiel über den batteriebetriebenen Grasmaster der Firma Noch. Damit kann man kinderleicht ruckzuck Gras wachsen lassen. Der Preis rund 130 Euro. Zum Vergleich, die bisherigen netzbetriebenen Geräte kosten rund 700 Euro. Heiko Modell aus Coburg hofft auf sächsischen Lokalpatriotismus und bietet ein kleines Set zum aktuellen Thema Leipziger City-Tunnel an. Aber was wären die Messetage ohne tolle Modellbahnanlagen wie die der Eisenbahnfreunde Friesland aus dem Hohen Norden? Ihr Highlight in Größe N? Der Nachbau der Klappbrücken Marinsiel. Die führen im Original bei Wilhelmshaven über den Ems-Jade-Kanal. Oder die 120 Quadratmeter große Gartenbahn des Markkleebergers Holger vom Hofe. Er war bisher bei jeder Messe dabei und überzeugte auch 2005 mit einer äußerst aufwendig gestalteten Landschaft. Naja, ich sage immer, es ist die letzte Anlage. Aber die letzten Jahre haben dann immer gezeigt, dass man doch immer wieder was Neues macht. Und so wird er wohl auch im nächsten Jahr wieder mit von der Partie sein. Genau wie das Junior College Europa, eine Initiative des Bundesverbandes Deutscher Eisenbahnfreunde. Sie möchte Kinder zu Modellbahnern der Zukunft machen. Wir haben uns als Ziel gestellt, ihnen zu zeigen, dass es lauter manuelle Tätigkeiten sind, Fingerfertigkeit gefragt ist, Kreativität gefragt ist und wollen ihnen zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, indem sie es selber machen, nicht von Herren mit grauen Schläfen vorgeführt bekommen, sondern selbst tun. Und wer weiß, vielleicht wird mancher der Jugendlichen einmal so ein Meister seines Faches wie Michael Müller aus Wernigerode. Dessen TT-Schmuckstück war in diesem Jahr einer der Hingucker auf der Leipziger Modell-Hobby-Spiel und hat richtig Lust gemacht. Auf eine eigene Modelleisenbahn, daheim. Zurück auf der Mannsfelder Bergwerksbahn. Bereits im November 1880 rollte hier der erste Zug, also knapp ein Jahr früher als im Schmalspurbahnen-Paradies Sachsen. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Einzigartig ist auch die folgende Modellbahnanlage von Volkmar Schumann aus Wittenberg. Allerdings rollt sie nicht auf 750 Millimetern wie diese Bahn hier. Sie rollt in Größe 1. Nostalgie auf Rädern und Schienen, Nostalgie am Brunnen und auf Vierbeinen. 1970 wurde die schmalspurige Spreewaldbahn eingestellt. Volkmar Schumann hat die Strecke zwischen Goyatz und Schmuckow wieder zum Leben erweckt, im recht ungewöhnlichen Maßstab 1 zu 32. Ich habe damals in den 70er Jahren die Anregung bekommen von Gartenbahnern in Westdeutschland. Da war das gerade im Kommen gewesen und war natürlich äußerst interessant, eine Modellbahn in einer größeren Nenngröße zu haben. In der damaligen DDR war sowas nicht käuflich zu erwerben. Demzufolge resultierte der Gedanke des Eigenbaus. Ein Gedanke, der den geschickten Händen des Meisters entgegenkam. Seit nunmehr drei Jahrzehnten hat der Wittenberger Tüftler ein sehenswertes Modell nach dem anderen gebaut und findet das nicht mal ungewöhnlich. Jeder, der in der DDR gelebt hat, der weiß, dass nur der durchkommen konnte, der in der Lage war, etwas selber zu machen, Arbeitskräfte zu finden, war ausgesprochen schwierig. Und da war man also gezwungen, fast in jedem Handwerk tätig zu sein. Als der heute 69-jährige Elektromaschinenbaumeister in Rente ging, legte er auf der Modellbahn erst richtig los. Vor allem neben den Schienen. So spielt der Leierkastenmann mit seiner Drehorgel erst seit kurzem vorm Bahnhof zum Tanz auf. Die Frau mit Kinderwagen und der alte Kavalier mit Hut entstanden gleichfalls im Eigenbau. Große Wirkung mit kleinem Materialeinsatz. Wenn ich jetzt bedenke, dass es also nicht wenige Modellbahnfreunde gibt, die in der Lage sind, von einer Lok 10.000 Euro und mehr auszugeben, dann kann ich sagen, dass meine Anlage die billigste Modellbahn ist, die es wahrscheinlich überhaupt gibt. Und eine der attraktivsten dazu. Mit seiner Bahn ist das Bastelgenie der Star jeder Ausstellung, auf der er auftritt. Mittlerweile ist sogar ein Modellbahnhersteller auf ihn aufmerksam geworden und wird einige der Funktionsmodelle wie den hier in sein Programm aufnehmen. Doch die Modelle sind für Schumann kein Selbstzweck. Sie müssen immer eine Beziehung zum Spreewald und seiner Kleinbahn haben. Deshalb gibt es auf der Anlage auch eine Pferdebahn. Denn mit ihr fing vor 160 Jahren alles an. Die Besonderheit ist dabei, dass diese Pferdebahn fast ausschließlich dem Güterverkehr gedient hat und hier im Besonderen Kohle transportierte, die vom Cottbusser Kohle-Revier dann durch die Pferdebahn zum Schwielochsee gefahren wurde, dort verladen auf Kähne und dann nach Berlin zum Heizen gebracht wurde. Für Müßiggänger ist kein Platz in Schumanns Modellbahn reich. Jeder hat zu tun, alle sind unterwegs, alles ist in Bewegung. Damit spiegelt die Bahn ihren Erbau durchaus wider, denn auch der steckt immer voller Energie. Vor drei Jahren, da gab es lediglich ein einziges Funktionsmodell. Und das war die Schmiede. Und mit dieser Schmiede hatte ich sehr, sehr viel Interessen bei den Besuchern gefunden. Und das war eigentlich der Anfang, dass ich mir Gedanken gemacht habe, da etwas zu tun. Über zwei Dutzend tolle Funktionsmodelle hat der Wittenberger mittlerweile gebaut. Das heißt nicht, dass ihm das reicht. So braucht eine echte BAG, Sie wissen schon, die bäuerliche Handelsgenossenschaft, natürlich einen Gabelstapler. Und welcher Bauer will schon eine Kuh, die keine Milch gibt? Bleibt die Frage, ob er bei all den fantastischen Modellen einen persönlichen Favoriten hat. Nach kurzem Zögern entscheidet sich Schumann für die Tankstelle, an der die sogenannten Freunde gerade mit den Tücken der Technik kämpfen. Überall, wo ich mit der Ausstellung gewesen bin und die Tankstelle in Aktion gesehen wurde, ist sie in Erinnerung geblieben. Es gibt also nicht wenige Besucher, die als erstes kommen und fragen, wo ist denn die Tankstelle? Die wichtigste Aufgabe der Mansfelder Bergwerksbahn, das war immer der Transport von Gütern, speziell von Erz. Was viele nicht wissen, es gab hier aber auch einen regelmäßigen Personenverkehr für die Werksangehörigen, und zwar bis 1969. Mit der Wende, da drohte der Kleinbahn das Aus. Doch es gelang, einem Förderverein ein ca. 12 Kilometer langes Teilstück der Trasse zu erhalten. Das ging natürlich nur mit viel Engagement. Engagement, wie es auch unser Experte Günther Feuereisen zeigt, wenn es um das Thema Modelleisenbahn geht. Heute erklärt uns der Meister, wie einfach es im Grunde genommen ist, mit dem Hobby zu beginnen. Auf einem Fertiggelände mit digitaler Startpackung und handelsüblichen Zubehör soll eine Anlage entstehen. Das ist ein Fertiggelände im Anlieferungszustand. Dem liegen einige Ergänzungsteile dabei, unter anderem Brückenbausätze und eine Bedienungsanleitung. Zuerst müssen die beigelegten Sperrholzplatten unter die Anlage. Sie dienen in den Tunneln sozusagen als Fußboden. Außerdem empfiehlt sich, drei zusätzliche Sperrholzleisten quer unter der Platte anzuschrauben, um die Anlage stabiler zu machen. Die Anlage kann auf einen Tisch gestellt werden oder auf zwei Holzböcke. Dazu benötigt man noch zwei Bretter, um die notwendige Stabilität zu erreichen. Und schon kann die Eisenbahn aufgestellt werden. Nun werden die beigelegten Brückenteile zusammengebaut. Anschließend kommt unter jede Weiche ein weichen Antrieb. Und noch etwas empfiehlt unser Experte. Für den Aufbau einer Modelleisenbahn empfiehlt sich das Studium von Literatur für die Technik Modellbahn digital für den Landschaftsbau von noch dieses Einsteigerheft. Beim Verlegen der Gleise hält man sich einfach an den beigelegten Gleisplan. Dort ist jedes benötigte Gleis einzeln aufgeführt. Da passt der Bauendamm nicht zusammen. Da muss etwas abgeschnitten werden. Sind alle Gleise verlegt, wird an den Stellen, an denen sich Weichen befinden, ein Loch gebohrt. Hier kommt das Anschlusskabel durch. Nun werden die Gleise festgeschraubt und die Häuser können schon mal probehalber aufgestellt werden. Und wie es dann weitergeht, verrät Günther Feuereisen in unserer nächsten Sendung. Ein Programmpunkt beim Bahnjubiläum im Mannsfelder Land, das ist die Schmalspur Expo. Das heißt die alljährliche Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Schmalspur. In diesem Jahr unter anderem mit der Anlage von Herrn Popper aus Bremen zum Thema Spiekeroog. Bis eine Modellbahn so fein und detailliert ist wie diese Anlage, da vergehen natürlich ein paar Stunden. Aber wie sagt schon der Volksmund, Übung macht den Meister. Das gilt natürlich auch für diese Privatanlage. Eine scheinbar unendliche Miniaturwelt eröffnet sich, doch der Eindruck täuscht. Da hier der kleine Maßstab 1 zu 160, also Spur N gewählt wurde, ist die gesamte Modellbahn von Mario Wermuth viel, viel kleiner als man denkt. Die Anlage ist 80 in der Breite und 55 in der Tiefe. Passt also auf jede Schrankwandunterteile, die es gibt. Kleines Fein, sagt man doch so schön. Es hat also den Vorteil zu zeigen, dass auch auf wenig Raum etwas funktioniert, etwas fahren kann. Und manchmal sind Leute, die zuschauen, ganz entsetzt, dass man auf wenig Raum viel unterbringt und viel Fahrbetrieb machen kann. Die Entscheidung für solch eine kleine Bahn hat Mario Wermuth nicht ganz freiwillig getroffen. Mit Frau und drei Kindern lebt er in einer Dreiraum-Neubauwohnung in Weimar. Die beengten Räumlichkeiten haben die Familie freilich nicht davon abgehalten, in der Wohnung noch weitere Modellbahnen zu bauen. Bei Sohn Titus im Zimmer steht diese Anlage immerhin 1,60 Meter lang, dafür aber nicht einmal 40 Zentimeter breit. Die Nenngröße ist das hier Spur H0, aber halt Schmalspurbahn, also H0e. Und das soll halt eine industrielle Feldbahn im Prinzip sein, mit Kieswerk und Kohlegrube und Sägewerk. Der Vorteil einer Schmalspurbahngröße wie H0e liegt für die Wermuths auf der Hand. Zum einen nehmen die Gleise nicht so viel Platz weg wie bei einer normalen H0-Anlage, zum anderen aber kann das vielfältige Zubehör, das es gerade für diese Nenngröße gibt, genutzt werden. Deshalb befindet sich auf dieser Bahn sogar ein richtiges Car-System, also fahrende Autos. Und es gibt bei den Wermuths daheim in Weimar noch mehr Modellbahnen. Jonathan, der jüngste Spross, wartet darauf, dass auf der Steigenheimer Lokalbahn endlich wieder mal was rollt. Dahinter verbirgt sich eine Fantasieanlage in Spur N, angesiedelt irgendwo im Mittelgebirge. Mit dieser Bahn waren die Wermuths schon mehrmals auf Ausstellungen. Die überschaubaren Abmessungen ermöglichen den unkomplizierten Transport für die Familie ein weiterer Vorteil ihrer kleinen Anlagen. Der gebirgige Charakter mit mehreren Ebenen sorgt dafür, dass das Erlebnis-Modellbahn trotzdem nicht zu kurz kommt. Ich sage immer, der Grundsatz, ich kann keine Eisenbahn oder keine Modellbahn haben, weil ich keinen Platz habe, den gibt es bei mir nicht. Einen Nachteil haben die kleinen Bahnen dann aber doch. Wer regelmäßig daran baut, wird über kurz oder lang fertig damit und hat plötzlich nichts mehr zu tun. Ich mache das nicht so wie andere, dass ich dann vielleicht jahrelang an derselben Anlage arbeite, sondern irgendwann sage, jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Entweder wird sie dann abgerissen und was Neues gemacht oder dann eben in den Verkauf gegeben. Apropos was Neues gemacht. Gerade hat Papa Wermuth eine vierte Anlage gebaut. Und darüber freut sich vor allem Sohn Jonathan. Ja, an SIRs Leben ist eigentlich alles vorhanden, was die Eisenbahn ausmacht. Nur eine Oberleitung fehlt. Und deswegen kann ein Taurus hier auch nicht fahren. Wir aber haben das neueste Pico TT-Modell dieser Maschine für Sie einmal auf Herz und Nieren getestet. Taurus, zu Deutsch der Stier, das steht für eine moderne, schnelle und leistungsstarke E-Log. So sieht das Original aus und so das Modell im Maßstab 1 zu 120. Keiner hat gewusst, dass Pico mit einem TT-Modell auf der Nürnberger Spielwarenmesse überraschen würde. Es hat sowohl die Fans als auch die Fachleute total überrascht. Es war ein echter Coup auf der Spielwarenmesse. Denn zum ersten Mal wagte sich die Sonneberger Firma, bisher nur durch H0-Logs bekannt, an einer Maschine mit der Spurweite 12mm. Auf den ersten Blick hinterlässt der kleine Taurus einen guten Eindruck. Die bedruckten Radscheiben sehen aus wie ihr Vorbild. Auf dem Dach der Lok haben die Stromabnehmer zwar keine elektrische Funktion, doch andere Details wie die rote Dachleitung und die Isolatoren wurden korrekt nachgebildet. Der Modellbahner bekommt für einen Preis von nicht einmal 50 Euro im Grunde ein rundum gelungenes Modell. Natürlich gibt es hier und da in den Details Abstriche, aber man muss das ins Verhältnis zum Preis setzen. Und hier ist der Einstieg der Firma Pico in einer preiswerten Modelllinie durchaus gelungen. Und damit ab auf die Teststrecke. Auch dort eine Premiere. Die Fahrleistungen werden mit einem neuen Geschwindigkeitsmesser ermittelt. Er ist für 99 Euro im Fachhandel erhältlich. Für eine ruckfreie Fahrt benötigt der Taurus 3,2 Volt Spannung am Trafo. Damit ist er umgerechnet rund 16 kmh schnell. Liegen am Trafo 12 Volt an, fährt die Lok umgerechnet 233 kmh. Das entspricht fast exakt der Höchstgeschwindigkeit des Originals, eine super Leistung. Und es gibt noch mehr Lob für die Lok. Sie wartet vor allem mit einem Motor auf, der über zwei Schwungmassen verfügt. Das verleiht der Lok ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Sie besitzt ferner eine digitale Schnittstelle, kann also auch für den Digitalbetrieb genutzt werden. Und was das Erstaunlichste ist, sie besitzt auch Haftreifen, was ihr eine durchaus respektable Zugkraft verleiht. Der Taurus-MTT dürfte ein Erfolg werden. Denn der Kompromiss zwischen einer aufwendigen Detaillierung und einem bezahlbaren Preis ist gelungen. Und schon jetzt darf spekuliert werden, wann Pico die ersten Bedruckungsvarianten dieser Maschine auf den Markt bringt. Im H0-Maßstab 1 zu 87 haben die Sonneberger das bereits vorgemacht. Hier gibt es inzwischen zahlreiche Farbversionen. Wir wagen jetzt einen Sprung. Und zwar über den großen Teich. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hektisch, laut und schrill. Ob es wirklich so aussieht, wer weiß. Zwei Modellbahner aus Berlin und Geringswalde sehen es zumindest so. Diese US-Anlage ist ihr Gemeinschaftswerk. Es war der reine Zufall. Wir haben uns auf einer Ausstellung kennengelernt und einfach geplaudert, wie man das halt so macht. Und im Ergebnis kam raus, der eine hatte was, der andere hatte was. Und man hat gesagt, wir machen einfach was zusammen. Gesagt, getan. Schnell wurden bei einem Bier Pläne geschmiedet. Irgendwann entstanden dann die ersten Zwischenteile, um diese beiden eigenen Sachen zu verbinden. Und ja, dann kam dies dazu und jenes dazu. Und jetzt sind wir bei über 16 Metern gelandet. 16 Meter, na gut, wenn es nicht mehr sind. Es reicht zumindest für ein kleines Stück vom großen Amerika. Allerdings haben die beiden US-Freaks in der Breite geknausert. Gerade mal 50 Zentimeter tief ist ihre Anlage. Es sind vor allem die hohen Kulissen, die helfen, den Traum von Amerika trotzdem wahr werden zu lassen. Irgendwann hat mich Amerika fasziniert. Wahrscheinlich fing das in der Kindheit irgendwann mal an, dass ich irgendwo eine rot-silberne Santa Fe-Lock gesehen habe. Das ist, glaube ich, damals eine F7 gewesen, das heute immer noch meine Lieblings-Lock. Und irgendwie hat sich da was festgefressen. Und das, obwohl die DDR-Läden nicht gerade überquollen vor amerikanischen Loks und Wagen. Es gab so gut wie gar nichts. Aber man hat sich ja über jedes Teil gefreut, was irgendwo nach Amerika aussah. Und es hat ein paar Importe gegeben über Polen. Die Loks wurden damals schon bei Mehano in Slowenien hergestellt und über Polen vertrieben. Und über irgendwelche Wege kamen die Sachen dann auch auf Tauschbörsen in der DDR. Und dort wurden die gekauft und getauscht. Während ein M-Track-Überlandzug durch die weiten Amerikas rollt, startet zur gleichen Zeit ein Vorortzug Richtung Union Station. Sein Weg führt zunächst mitten durch graue Viertel, denen jeglicher Hollywood-Glanz fehlt, Richtung Hafen. Dort schwimmt, Vogelgrippe hin oder her, eine Gruppe von Schwänen im Wasser. Leider gibt es nur die Schwäne als Figuren-Set, aber die Frau ist aus einem anderen Figuren-Set. Das ist eigentlich eine Frau, die an der Bandschecksperre steht und ihre Fahrkarte sucht. Aber jetzt sieht es so aus, als sucht sie noch ein Futter für die vier hungrigen Schwäne, die hier kommen. Weiter geht die Reise, nun quer durch Industriegebiete. Dann endlich ist die Union Station erreicht und mit ihr eine pulsierende amerikanische Metropole. In der City herrscht geschäftiges Treiben. Selbst im Maßstab 1 zu 87 scheint es den Traum zu geben, es vom Tellerwäscher zum Millionär zu bringen. Und auch die beiden Erbauer der kleinen Miniaturwelt haben sich ein Motto der Vereinigten Staaten längst zu eigen gemacht. Mehr, mehr, immer mehr. Es soll in Richtung Hafen noch was gemacht werden und auf der rechten Seite, die Stadt soll auch noch erweitert werden. Die ersten Gebäude sind schon fertig. Bank, Hochhaus, Kirche und ein paar andere Kleinigkeiten. Und irgendwann wird das nächste Modul dran gebaut. Das ist der fünfte Bauabschnitt im Miniaturwunderland. Es sollen die Schweizer Alpen werden. Ein gigantisches Bauprojekt, das vor allem in die Höhe wachsen wird. Und ausgedacht hat sich das Ganze der Anlagenplaner Gerd Dauscher. Wie hoch geht es denn hier hinaus? Wir wollen auf sechs Meter hinaus. Das ist etwas Neues, glaube ich. Ja, wir haben hier das erste Mal versucht, nicht in die Weite zu bauen, sondern in die Höhe. Das heißt, wir haben die Decke entfernt auf zehn mal zehn Meter, einfach die Decke herausgesägt, die ganzen Betonteile entfernt, eine Stahlkonstruktion eingefügt, damit das Ding nicht zusammenstürzt. Und haben dann angefangen, hier schon mit den Holzaufbauten die Schweiz anzufangen. Und das wird dann mit Stahl und Holz bis auf sechs Meter Höhe aufgebaut und dann mit Fliegengitter und Gips verkleidet, sodass man dann zum Schluss die schönen Berge sieht, wie zum Beispiel das Matterhorn. Und ihr werdet die ganze Höhe auch befahren? Ja, wir fangen hier unten auf dieser niedrigen Ebene an und fahren über fünf Meter hoch bis ins Hochgebirge mit einer Zahnraubbahn. Das heißt, die Hauptbahnen verkehren Mittelgebirge im unteren Bereich und die Zahnraubbahn klettern dann bis auf den Gipfel hoch. Und wie schaffen normale Züge, die jetzt nicht mit Zahnrad verkehren, diese Höhe mit Gleiswendeln oder wie kommen die nach oben? Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal die Gleiswendeln, wo die Züge einfach nur im Kreis fahren, meterlange Strecken werden überwunden. Das ist sehr verschleißtark für die Loks. Es gibt aber die zweite Möglichkeit, die wir hier das erste Mal testen, wo wir selber sehr gespannt sind, wie das funktioniert, auch im Dauerbetrieb. Wir möchten eine Hebebühne bauen. Das heißt, der Zug fährt auf die Bühne, wird dann einen Meter angehoben und ist dann im nächsten Gebirgsbereich zu sehen. Und man kann jetzt, das ist das Spannende an dem Projekt, man kann jetzt noch nicht so ganz genau sagen, wie die ganzen Felswände wirken werden, wie das alles mal insgesamt für den Besucher sein wird. Und es ist auf jeden Fall so, dass jeder Raum so seine Eigenheit hat. Skandinavien war mit Wasser, da muss man ganz anders denken. Dann die verschiedenen Länder, die wir hier auch planen und bauen, sind jedes Mal ein besonderer Reiz. Man lernt das Land gut kennen, man liest viele Reiseführer, Bildbände, Bücher. Um sich ein Bild von dem Land zu machen, dann fährt man auch nochmal hin, guckt sich das an, wie es in Wirklichkeit ist. Und die ganzen Ideen, die müssen dann im Kopf gemixt werden, damit man dann die Schweiz zum Beispiel darstellen kann in einer Fläche, so wie wir sie hier haben. Die Schweiz ist noch Zukunftsmusik. Das Land von Pippi Langstrumpf ist bereits fertig. Schweden, Finnland und das Eismeer sind die letzten Stationen, durch die unsere Wunderlandreise geht. Je weiter nördlich wir kommen, desto dicker wird die Schneedecke. Und so sehen natürlich auch die kleinen Geschichten aus. Innerhalb von nur wenigen Metern kann man im Miniatur-Wunderland erstaunliche Distanzen zurücklegen. Wer zum Beispiel hinauf bis nach Schweden oder gar zum Eismeer will, der kann mit dem Zug fahren oder er nimmt das an den Schlitten. Willkommen am Eismeer. Hier ist es wirklich bitterkalt. Regelmäßig verkehren Erzzüge. Sie bestehen, man höre und staune, aus 52 speziellen Erzwagen. 23 Millionen Tonnen Erz und Pellets transportieren sie pro Jahr. In den skandinavischen Ländern ist das Modellbahn-Hobby nicht so verbreitet wie bei uns. Demzufolge auch das Angebot an Bausätzen klein. Also blieb den Wunderländern nichts anderes übrig, als die meisten Häuser selbst zu bauen. Unser Besuch im Miniatur Wunderland geht an dieser Stelle zu Ende. Toll, dass Sie auf dieser langen Reise mit an Bord waren. Wie sagt der Volksmund doch so schön? Der nächste Winter, er kommt bestimmt. Vielleicht wäre das ja für Sie mal ein Grund, selbst in die Hamburger Ausstellung zu kommen. Aber nicht vergessen, vorher am 31. Oktober gibt es im MDR Fernsehen die nächste Ausgabe von Auf kleiner Spur, dem Modellbahn-Magazin, nicht nur für Niedenzähler. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Ihr Robby Mürre. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017